Niemand darf jemals den Aufenthaltsort dieses Kindes erfahren. Bleib gesund. Und wenn dir dein Schicksal eines Tages bewusst wird, bleib auch stark. Unser Kind. Der Hoffnung. Der Schnellzug nach Assama fährt in Kürtel ein. Ah, da. Verdammt nochmal. Mann, wo steckt denn Großmutter nur? So was passiert auch nur in der Kaiserstadt. Oh je, oh je. Ach du liebe Zeit. Naja, es gibt Schlimmeres. Oh je. Ja, bitteschön. Hä? Ich helfe Ihnen, verehrte Dame. Vielen Dank, junger Mann. Nicht doch. Sehr gerne. Haben Sie noch einmal recht? Herzlichen Dank. Ich trage Ihnen gerne noch das Gepäck auf den Bahnsteig. Ach, das ist nicht nötig. Das kann ich auch nicht verlangen. Sie haben doch selbst sehr viel Gepäck dabei. Seien Sie ganz unbesorgt. Es ist eins meiner Prinzipien, Menschen stets zur Hand zu gehen und zu helfen. Danke für das Angebot, aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Das wäre mir eine große Freude. Bitte lassen Sie mich. Will ich Ihnen wirklich nicht helfen? Nein, es geht schon. Lassen Sie los. Aber nicht doch. Los, Mutter! Na warte, du Schwein! Das ist doch die von vorhin. Ist alles in Ordnung, Großmutter? Oh! Je Kind, warum bist du immer so schrecklich ungestür? Ich? Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, du bist ein Dieb. Dabei wolltest du ihr nur helfen. Das macht doch nichts. Jeder kann sich schließlich mal irren. Das passiert schon mal. Ich hatte ihn nur aus Versehen stehen lassen. Wie kann man denn sowas Großes aus Versehen stehen lassen? Danke, dass du Großmutter geholfen hast. Ich bin Junko Hattori und besuche die erste Oberstufenklasse der Magierschule. Meinen aufrichtigen Dank. Ach, nicht nötig. Das war doch nichts. Wie ich sehe, trägst du auch Uniform. Bist du auch an der Magierschule? Mhm. In welcher Klasse? Das weiß ich leider noch nicht. Das weißt du nicht? Ich wechsle gerade neu an die Schule. Mein Name ist... Akuto Sai. Akuto Sai? Macht's gut, ihr beiden! Alles Gute! Was machst du denn hier, wenn du doch im Wohnheim lebst? Ich war in den großen Ferien zu Hause und habe dann Großmutter besucht. Ah, daher auch das viele Gepäck. Wir haben viele Austauschschüler, aber selten wechselt jemand an unsere Schule. Es heißt, die Prüfung dafür soll ziemlich schwierig sein. Du musst echt was drauf haben. Vielen Dank. Ich habe aber auch gelernt wie ein Wilder, um angenommen zu werden. Willst du in den öffentlichen Dienst? Es heißt ja immer, dass jeder Abgänger der Magierschule einen Beamtenposten bekommen soll. Ich möchte die Gesellschaft umformen, um die Welt in eine bessere Richtung zu steuern. Ich möchte die Welt verändern. Was? Du willst die Welt verändern? Um genau zu sein, will ich eigentlich Hohepriester werden. Ein... ...Hohepriester? Hohepriester zu werden, erfordert eine unglaubliche Entschlossenheit. Du müsstest stets redlich und auch rechtschaffend handeln. Das ist mir klar. Selbst die nicht ordnungsgemäße Abfallentsorgung soll schon ausreichen, um als Kandidat ausgeschlossen zu werden. Mein Ziel ist es, ein aufrichtiger, rechtschaffender Mensch zu werden. Das ist mein Wunsch, nichts anderes. Ich verspreche dir, wenn das wahr ist, werde ich dir dabei helfen. Hä? Ich stamme aus einer alten, soharistischen Familie, die sich seit Generationen dazu berufen fühlt, das Reich zu schützen und ebenfalls die Familie. Neuerdings sind Dinge wie Nächstenliebe und Gerechtigkeit völlig verkommen. Ich hingegen möchte weiterhin nach diesen Idealen leben. Dann dürften wir zwei uns ja supergut verstehen. Genau dasselbe dachte ich auch gerade. Freut mich sehr. Halt das ganz fest. Okay. Ich lasse es gleich einrasten. Weißt du, so besiegeln wir in unserer Glaubensgemeinschaft unsere Freundschaften. Du bist der erste Mann, mit dem ich das mache. Ein sehr schöner Brauch. Das bedeutet aber auch, dass wir den anderen töten, wenn er seine Ideale verraten sollte. Ich mag diese Art von Druck am allerliebsten. Herzlich willkommen auf der Magierschule Konstant. Das transportiert dein Gepäck automatisch auf dein Zimmer. Die Schule ist recht komplex aufgebaut, aber das lernst du sehr schnell. Auf die Krankenstation kommst du über diese speziellen Luftkorridore am schnellsten. Also dann, melde dich bei mir, wenn du erfährst, in welche Klasse du kommst. Ich bin in der Klasse 1a. Hoffentlich sind wir beide in derselben Klasse. Ja, das wäre sehr nett. Dann bis später. Die Krankenstation ist das ganze Ding da? Ist ja riesig, das Teil. Akutus sei korrekt? Richtig. Und auch noch pünktlich. Dann sind jetzt alle neu zugelassenen Schüler vollzählig eingetroffen. Diese Schule ist eine Art Einrichtung, die an allerhand Mysterien, die sie versammelt, magische Forschung betreibt. Viele übereifrige Schüler übertreiben es und verletzen sich. Was meint sie mit allerhand Mysterien? Übertreiben? Ich bin Mitsuko Tori. Ich bin Ärztin hier und zugleich Lehrerin. Stellt euch, wie ihr aufgerufen werdet, der Reihe nach auf. Dieser künstliche Geist, Garasuyata, überprüft eure Leistungsfähigkeit. Also wie fit ihr seid. Das ist allerdings nicht alles, was er kann. Registrierter Nr. 001. Yanryu bei tadelloser Gesundheit. Zukunftliche Beschäftigung? Soldat! Er prophezeit euch auch, was ihr in Zukunft tun werdet. Wozu dient Wahrsagen bei einem Gesundheitscheck? Das ist keine Wahrsagerei, sondern ein Beispiel der Magiekunst des Reiches. Doktor! Bislang lag er mit seinen Prophezeiungen noch kein einziges Mal falsch. Aber keine Sorge, den meisten Schülern prophezeit er ohnehin, was sie sich auch wünschen. Dann wird er mir auch garantiert. Akutusai? Hier! Registrierter Nr. 021. Akutusai bei tadelloser Gesundheit. Zukünftige Beschäftigung? Dämonenkönig! Was hat er gerade gesagt? Zukünftige Beschäftigung? Dämonenkönig! Noch einmal bitte! Dämonenkönig! Der geläufige Name des Herrn der Dämonen! Die zerstörerischste Bedrohung der Allgemeinheit! Und das wird Akutusai zukünftige Beschäftigung sein! Oh! Nein! Dämonenkönig? Das ist doch nicht sein Ernst! Sein Charakter, seine Fähigkeiten, alles Merkmale, die zeigen, dass er Dämonenkönig wird! Alle sofort zurück in die Klassenzimmer! Was ist hier los? Was ist hier nur los? Vor 100 Jahren tobte ein Krieg, der die Welt in Furcht und Chaos stürzte. Ein Wesen wollte die Welt vernichten und begann mit einer Armee aus dämonischen Biestern eine Rebellion. Er nannte sich selbst Dämonenkönig. Das macht doch absolut keinen Sinn! Nimm es dir! Erstmal nicht gleich zu sehr zu Herzen. Ich habe natürlich auch den Rektor informiert. Bevor ich es mir überhaupt erstmal zu Herzen nehmen könnte, muss ich es erstmal begreifen. Ich soll Dämonenkönig werden. Vom Krieg habe ich in der Schule gehört. Aber ist das denn überhaupt eine richtige Beschäftigung? Wie auch immer du dazu persönlich stehst, eines ist ganz sicher, hier in der Schule wirst du auf jeden Fall einen Sonderstatus haben. Einen Sonderstatus? Womöglich bringt dich auch jemand mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn einfach um oder legt tödliche Fallen. Natürlich wird man dich systematisch ausgrenzen oder dich durch fieses Mobbing, Quellen oder auch sonstige Widerlichkeiten in den Selbstmord treiben. Äh, aber warum enden denn all diese Szenarien entweder mit meinem Tod oder einem Selbstmord? Keine Sorge. Wenn du mal stirbst, belebe ich dich im nächsten Moment sowieso gleich als Geist wieder. Was? Solange du lebst, geht das nicht wegen Menschenrechten und so. Aber als Geist kann ich deine Daten nach Herzenslust analysieren. Analysieren? Sämtliche Daten von jemandem zu analysieren, der zum Dämonenkönig geboren ist. Mit dieser Leistung würde ich als Forscherin in die Geschichte eingehen. Ach ja, eines noch. Nur die Ruhe, denn mir liegt es fern, dich tot wiedersehen zu wollen. Wenn du doch Lust dazu hast, weißt du, wo ich bin. Die ist echt wie ein offenes Buch. Das hier ist dein Schulzimmer und ich bin deine Klassenlehrerin. Sie sind also auch noch meine Klassenlehrerin? Ah, ja, habe ich dir das nicht erzählt? Was für ein Glück du aber auch hast, Akkutob... Für wen das wohl ein Glück ist? Klasse A? Klasse A war doch... Glückwunsch zum Bestehen der Oberschultests. Wobei es ja keine großen Veränderungen geben wird, da wir uns ja vom letzten Jahr her noch kennen. Auf gute Zusammenarbeit dieses Semester. Das ist ja tatsächlich Ihre Klasse. Ich habe einen Neuzugang in der Klasse. Ich stelle ihn euch vor. Er hat dieses Semester in unsere Schule gewechselt. Akkutusai! Der Monenkönig! Mach er den Monenkönig! Aha, dachte ich mir. Es hat sich schon in der ganzen Schule rumgesprochen. Ich muss irgendwas unternehmen. Okay, der erste Eindruck zählt bei sowas. Also los! Her gehört Klasse! Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, mich gleich bei euch vorzustellen. Ich bin Akkutusai. Und wie viele von euch bereits wissen werden, hat Garasu Yata mich als Dämonenkönig prophezeit. Schaut mich ruhig mit euren vor Angst weit aufgerissenen Augen an. Doch euch, vor mir zu fürchten, ohne mich persönlich zu kennen, das wäre doch eindeutig Diskriminierung, oder ist das etwa nicht so? Er soll mit seinen Diagnosen zwar noch nie falsch gelegen haben, aber ich halte es für falsch, sich zu ergeben und sein Schicksal einfach so zu akzeptieren. Sein Schicksal? Die Durchführung dieser ach so hoch entwickelten Berufsevaluationen fördert die Bildung einer elitären Schicht doch nur noch weiter. So wiederholen wir unentwegt wieder und wieder unsere Fehler! Das klang genau wie die Kriegserklärung des Dämonenkönigs vor hundert Jahren. Erst wollte ich was glauben! Mist! Er kritisiert direkt das ganze System! Erst zurück! Das gibt's doch nicht! Stimmt, ich habe vielleicht ein wenig das System kritisiert, aber wir sollten oder müssen es nicht leicht zerstören. Ich will hier Gutes tun und zeigen, dass ich nicht der Dämonenkönig... Das reicht fürs Erste! Einen Moment bitte noch, ich bin noch nicht... Zur Vorstellung gehört nur das Wesentliche. Akutu Saidu, setz dich bitte... Da, der Tisch dort ganz hinten ist noch frei. Ganz hinten... So ein Mist. Zumindest mit Hattori-san muss ich das, mit diesem Vorfall, unbedingt klären. Kenasuga? Na sowas, sie fehlt schon am ersten Tag. Was mache ich nur mit ihr? Nun ja, zuerst brauchen wir einen Klassensprecher für das neue Schuljahr. Würdest du vielleicht deine Arbeit vom letzten Jahr fortsetzen, Hattori-san? Oh, sicher. Sensei! Ich finde, wir sollten die Klassensprecherwahl nicht so auf die leichte Schulter nehmen, sonst werden wir doch nie Fortschritte machen. Oder wie ist Ihre Meinung? Hä? Wie meinst du das? Was schwebt dir denn vor, Miwakun? Ich schlage Akutu Sai als neuen Klassensprecher vor. Was? Was redet er doch? Jeder hat seine Ansprache vorhin gehört. Ich glaube, er könnte als Klassensprecher am einfachsten beweisen, dass er kein Dämonenkönig ist und so die Klasse unterstützen. So, Ruhe jetzt bitte. Verdammter Mist. Das würde doch bestimmt Ihrem Ansehen sehr schaden. Tut mir leid, aber ich lehne die Kandidatur ab. Ein Klassensprecher sollte beliebt sein und seine Aufgaben mit Stolz erfüllen. Einem neuen wie mir steht so eine Aufgabe nicht zu. Ich möchte lieber zur Putzkolonne. Genau. Anstatt unnötig ins Rampenlicht gerückt zu werden, würde so eine schlichte, unauffällige Aufgabe, wo ich meine Hilfsbereitschaft zeigen kann, viel besser zu mir passen. Warte, da stand ich. Ah, Saikon? Hä? Das kann doch keinesfalls dein Ernst sein. Bitte? Die sogenannte Putzkolonne dieser Schule sind diejenigen, die wirklich alles und jeden aus dem Weg räumen, um die Geheimnisse der Schule zu wahren. Hast du dir das auch sehr gut überlegt? Wie bitte, was? Sie existieren im Moment nicht einmal und er meldet sich für diese absolut abscheuliche Aufgabe. Kein Wunder, der wird mal Dämonenkönig. Moment mal. Woher sollte ich denn wissen, was die putzt? Du, du verfluchter Akutus-Zeichen. Wie kannst du es wagen, so mit meinen Gefühlen zu spielen? Kannst du mir mit ihren Gefühlen spielen? Scheiße. Das klang verdammt zweideutig. Ich habe dich informiert und davor gewarnt, dass unser Eid einen Blutpreis fordert, wenn er gebrochen wird. Mit dem kühlsten Mädchen der ganzen Schule, Hattori Junko? Aber das war doch eher ein freundschaftliches Rumalbern, eine Rangelei im Schnellzug als ein Eid. Ja, genug. Habt ihr das gehört? Wie schrecklich. Mit ihren Gefühlen spielen? Hat er sie etwa nur benutzt, dieses Schwein? Also, ein Dämonenkönig, durch und durch. Das meinte ich damit nicht. Diese Demütigung ist so viel. Ich fordere dich hiermit zu einem Duell. Zu einem Duell? Als Suarist darf sie sich duellieren, wurde extra in die Schulregeln aufgenommen. Nachträglich. Was sind das für Regeln? Der Sieger wird zur Belohnung Klassensprecher. Ich heiße Hiroshi Miwa. Nenn mich einfach Hiroshi. Ich bin dir total verfallen. Darf ich dich bitte, bitte, Aniki nennen? Entschuldige. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Vorsicht, Kinder. Das wird jetzt aber gefährlich. Bleib schön zurück. Aniki, du schaffst das! Jumbo, grüß dich! Gib's den Jumbo! Gib's den Jumbo! So kommen wir kein Stück weiter. Beruhige dich endlich. Was soll das werden? Lass mich los! Erst wenn dieses Missverständnis geklärt ist. Missverständnis? Nachdem du mich eben so brutal bloßgestellt hast und es noch weiter tust? Genau das meinte ich auch mit Missverständnis. Alles, was ich getan habe, war nicht böse gemeint. Und bloßstellen will ich dich auch nicht. Glaub mir das bitte. Ich habe mich aus ehrlichem Interesse mit dir angefreundet. Und nicht aus irgendeiner blöden Flause heraus. Also, lass uns bitte wieder Freunde sein. Akutu. Voll passbar! Das kann nur der Revolver! Er hat sie im Handtumdrehen rumgekriegt! Genau das habe ich eben mit dem Wot losgestellt. Geweilt, du Idiot! Spricht dein letztes Gewinn! Oh nein! Uhhh! Aliman! In der Hand! Was war das für ein Knall? Der Dämonenkönig, ja? Und das Schulzimmer ist auch schon in die Luft geflogen. Vorerst müssen wir noch nichts unternehmen. Er dürfte mir sicherlich früh genug über den Weg laufen, Gugge. Klipp und klar! Alles verstanden, Präsidentin! Ich heiße dich herzlich willkommen, Aniki! Du bist doch aus meiner Klasse. Ich bin doch dein kleiner Bruder! Könntest du damit langsam mal wieder aufhören? Was redest du denn da? Und das, obwohl du schon das Schulzimmer in die Luft gesprengt und alle mit Schülern in Furcht und Schrecken versetzt hast? Oh, du hast es echt drauf, großer Bruder! Das war aber niemals meine Absicht. Ich stehe zu deinen Diensten, wenn du irgendetwas brauchst. Passt irgendwie alles. Da wäre doch etwas, Miwa. Nenn mich hier, Roshi. Was kann ich tun? Ich möchte zum Mädchenwohnheim. Ne? Ach so, danach ist dir also. Die Klassensprecherin wohnt dort oben im zweiten Stock. Okay, aber wieso schleichen wir uns heimlich von hinten an? Wegen dem Aufstand heute Morgen sollte der Dämonenkönig es nicht wagen, vorne reinzugehen. Würdest du mich bitte nicht als Dämonenkönig abstempeln? So, und jetzt schön nach Plan, Akuto. Schon klar. Dass ich wegen so etwas ohnmächtig geworden bin. Die Schande meines Lebens. Die hitzige Atmosphäre muss mich zur Weißglut getrieben haben. Ich habe mich aus ehrlichem Interesse mit dir angefreundet und nicht aus irgendeiner blöden Flause heraus. Woran verschwende ich da nur meine Gedanken? Er meinte, dreimal ans Fenster klopfen sei hier Brauch. Es ist so dunkel. Ist sie etwa gar nicht da? Diese Demütigung, wann hast du genug davon? Wie viel Schande willst du noch über mich bringen? Warte, ich will mich doch nur bei dir entschuldigen. Was soll dann dieses Pärchenklopf zeichnen, wenn du dich entschuldigen willst? Nein, du verstehst das ja alles vollkommen falsch. Der Dämonenkönig wollte sich also doch heimlich einschalten. Er meinte, dass er hier so braucht. Du verstehst doch heimlich. Du sollst dich auch darüber zu reden. Aber das ist doch der, von dem alle reden. Sieht nach Beziehungsstress mit Junge aus. Oh nein, ich reite mich immer mehr rein. Wie kann ich die Situation retten? Ah! Er reg dich erst mal ab, okay? Fahr dir die Luft! Ich glaub dir kein Wort mehr! Hör zu! Wir können das nicht erklären! Das ist alleine den Ruhe. Aha. Das ist also der Berüchtigte? Jetzt hab ich nur noch mehr Missverständnisse verursacht! Wer kann es denn da kaum erwarten, mich zu besuchen, hm? Wer bist du? Genau von dieser Stelle aus beobachte und wache ich über die Schule und die ganze Welt und beschätze sie. Bist du mein langer Sinn, der Märchenprinz? Hast du denn all diese Schramme auf deinem hübschen Gesicht, weil du dich durch Dornen schlagen musstest, um endlich zu mir zu gelangen? Dann werden der hellschirrende Mord im Hirn und die funkelnden Sterne dich beschützen. Sie dreht komplett am Rad! Du solltest besser auch abhauen! Das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich, weißt du? Zeige dir, wie einfach das für mich ist. Pass jetzt! Hut auf! Was hast du da zu suchen? Auf dem Weg! Niemals! Er bedeutet mir sehr viel! Aber das kannst du nicht verstehen! Triffst du eigentlich jedes Mädchen an, du Dreck! Sack zulässt! Du verstehst das ganz falsch! Ich habe sie noch nie vorher gesehen! Na, das war ja wohl klar! Ich wollte ja auch lediglich wissen, ob du mit jedem Mädchen, das du kennenlärst, auch flirtest! Auf dem Weg! Ich denke nicht dran! Mach den Weg! Nein, keine Chance! Dann... Sie hat sich aufgeteilt! Ich werde ihn immer beschützen! Mach deinen Frieden, Dämonenkönig! Jetzt! Es ist schon wieder passiert. Oh, das ist ja unglaublich! Wie mir schlummernde Kraft diese wilde Macht und die schlummernde Kraft in mir... Ich kann sie nicht länger unterdrücken, denn sie ist... Nein, ich glaube eher nicht! Diese Sünde! Jemand mit dieser unheimlichen und verbotenen Kraft getötet zu haben! Ich glaube nicht, dass sie wirklich tot ist! Was mache ich jetzt nur, dass so etwas geschehen musste? Warum guckst du so komisch? Was gibt's da zu sehen? Akutusai, richtig? Ich bin eine Aufseherin. Meine Identifikation lautet Korone. Und jetzt auch noch eine Aufseherin? Ich bin eine Aufseherin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie ist aus meiner Klasse? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sei cool. Was verstehst du unter Magie? Also Magie ist im Prinzip die Fähigkeit, das uns umgebende Mana besser kontrollieren zu können. Energie wird mit einem Generator im Zentrum der Kaiserstadt direkt in die Erde eingespeist und das Mana resoniert dann damit. Du bist ein wahrer Musterschüler, wie aus dem Lehrbuch. Sollte das etwa ein Lob sein? Im Grunde ist deine eigene Macht über das Mana schon so stark ausgeprägt, dass du sie nicht mehr unter Kontrolle hast. Dessen war ich mir keineswegs bewusst. Ob es dir nun bewusst ist oder nicht, das ist und bleibt ein Fakt, mit dem du leben musst. So als Dämonenkönig. Schon wieder werde ich abgestempelt. Hier, dein persönliches Schülerhandbuch. Nach all dem Durcheinander habe ich ganz vergessen, es dir zu geben. Mit diesem Buch nimmt man nur mit Gedankenkraft Kontakt zu den anderen auf. Also telepathisch. Wussten deswegen gleich alle über mich Bescheid? Das erklärt so einiges. Wenn dir mal nach Sterben zumute ist, klingle einfach bei mir durch. Ich würde deine Leiche so gerne konservieren. Darauf kann ich gut verzichten. Mann, war das ein langer Tag heute. Wirst du niemals müde? Nein, eigentlich nicht. So ständig von dir beobachtet zu werden, stört mich auf die Dauer schon ein wenig. Dann trage mir bitte eine andere Tätigkeit auf. So müde wie ich bin, dusche ich morgen früh. Ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr. Leg dich doch auch ein bisschen hin. Ach ja, mach ich. Gute Nacht. Was wird das jetzt? Hör mal. Ja? Wenn du da schläfst, werde ich kein Auge zubekommen. Der Gedanke an den Körper eines Mädchens in deiner unmittelbaren Nähe bringt dich aus der Fassung. Dies stimuliert deine Libido, ob du das nun willst oder nicht. Und das führt dazu, dass es dich natürlich auch sexuell erregt. Hör auf, meine Emotionen zu lesen. Sollte nur ein Witz sein. Ich schlaf sowieso im Schrank. Ist das okay für dich? Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. Sag mal. Ja? Kann es sein, dass du mich aufziehst? Ein bisschen schon. Macht's dir Spaß? Ein bisschen. Dann ist ja gut. Ja. Ich raff es einfach nicht. Mann, ich brauch eine Mütze voll Schlaf. Du bist das absolute Gesprächsthema Nummer eins im Jungswohnheim. Ja, der Dämonenkönig hat seine Lieblingsarme gleich mitgebracht. Lass gut sein. Den Rest kann ich mir schon denken. Hallo. Du bist Akutusai, nicht wahr? Wow. Du bist doch diese... Ich führe das Mädchenwohnheim, meinst du wohl? Ja, stimmt. Und ich heiße Fujiko Eto. Wenn du es genau wissen möchtest... Das Mädchenwohnheim? Ich habe gehört, dir sei gestern Abend so einiges widerfahren. Ach, gestern Nacht? Naja, das ist eine lange Geschichte. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß schon einiges darüber. Korone-san hat mich bereits darüber informiert. Ach ja? Hat sie das? Als ich Kenasoka ihre Kleider vorbeibringen wollte, habe ich der Wohnheimleiterin Eto detailliert über die aktuellen Vorkommnisse berichtet. Ach so, darum ging es. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dir direkt gegenüber zu stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal ein Dämonenkönig wirst. Du scheinst ein sehr netter Kerl zu sein. Ich bin jederzeit für dich da. Wenn dich etwas bedrücken sollte, dann komm einfach zu mir. Also dann, auf eine gute Zeit. Tom Nummer 1, Idol der gesamten Schule, einfach so angesprochen zu werden. Aniki, so einen Hammertypen wie dich hatten wir hier noch nie. Seitdem ich hier angekommen bin, ist sie die Erste, die mich wirklich versteht. So, so. Soga-san ist heute schon wieder abwesend. Außerdem ist auch Hattori-san heute noch nicht aufgetaucht. Ich habe gehört, er hat sie mit einem ganz fiesen Trick besiegt. Und außerdem gibt er noch mächtig mit dieser hübschen Liederkarte. Ja, da könnte man ganz schön neidisch sein. Man ist eben ein echter Dämonenkönig. Mein Leben sieht nicht gerade rosig aus. So, dann machen wir Schluss für heute. Und das Repetieren nicht vergessen. Okay. Wo wirst du vor, hinzugehen? Zur Toilette. Was macht er hier? Fuchiko Eto. Oh, da ist sie. Danke für heute Morgen. Entschuldige, dass ich so mit der Tür ins Haus fahre, aber ich hätte gerne deinen Rat. Um was geht das? Ich würde mich gerne wieder mit Hattori-san vertragen. Aber ich glaube, selbst bei ihr vorbeizugehen, würde nur noch mehr Ärger verursachen. Dabei helfe ich dir mit Vergnügen. Komm doch in der Mittagspause alleine zum Hinterberg. Vielen Dank. Aber warum allein? So viel Ärger, wie du verursachst, würde Korone-san kaum ein Treffen mit dir erlauben. Sie abzuschütteln wird nicht so einfach. Ich meine sie... Ich bitte dich. Das sollte aber kein Problem darstellen. Du kannst sie doch einfach ausschalten. Sie ausschalten? Das geht? Wie soll denn so etwas bitte schon funktionieren? Ach, das weißt du nicht? Wenn du an ihrem Schwanz ziehst, schalten sich Lila-Dane ab. Sie hat einen Schwanz? Das gibt's doch nicht. Dann sieh besser mal nach. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das gibt es nur bei einem Lila-Dane. Das ist ja... Das ist tatsächlich ernst gemeint? Ich hab eine Karte hier. Das ist der Hinterberg. Aber was genau willst du dort? Es heißt, da treiben sich Monster rum. Dafür irrt sich kaum einer hin. Ich hab jemand davon reden, Han. Wie du siehst, steh ich hier ständig und überall total im Mittelpunkt. Vielleicht kann ich mich dort ein wenig entspannen. Ich schau's mir jedenfalls mal an. Ich werde dich natürlich begleiten. Ich möchte gern ein wenig allein sein. Mich aussuchen. Da ich mitkomme, wird aus dem Allein sein nichts. Ich werde dich immer auf Schritt und Tritt begleiten. Das war mir sowieso klar. Dann ist ja alles klar. Darum geht's also. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Nein, nein, nein. Darum geht's nicht. Doch, doch, doch. Hey, mach mal halt dran. Glaub mir endlich. Darum geht's nicht. Doch, darum geht's. Und das weißt du auch ganz genau. Sei bitte, Sanj, zu mir. Es ist mein erstes Mal. Ich hab ein bisschen Angst. Könntest du solche Witze in Zukunft bitte lassen? Also, das ist hier. Ja, dann warten wir. Bei dir läuft gegenwärtig nichts wie es sein soll, korrekt? Mir kommt so vor, als wärst du zum Teil daran schuld, seitdem du hier aufgetaucht bist. Glaubst du das wirklich, Akutusai? Hier beginnt das als Hinterberg bekannte Gebiet. Sieht auch ganz danach aus. Ich muss unbedingt ihren Schwanz finden. Noch ein Stückchen. Nur noch ein Stückchen. Ja, das ist schon besser. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich hab ihn fast gesehen. Ich sehe schon. Du bist ein totaler Perversling. Sag mal, bist du extra hergekommen? Nur damit du mein Höschen ansterren kannst? Nein. Und nebenbei hat mich, glaube ich, gerade jemand ganz schrecklich auf den Kopf geschlagen. Also, das ist eher unwahrscheinlich. Die unlängst registrierte Mana-Störung befindet sich dort drüben. Ein Lebewesen nähert sich uns sehr schnell. Und es ist nicht menschlich. Ein Dämonenhund. Ein durch absorbiertes Mana-veränderter Hund. Denkbar, dass sie sich hier in der Gegend fortpflanzen. Ich werde ihn verscheuchen. Sei ganz still und beweg dich nicht. Ich feuere. Keine Bewegung, bitte. Soll ich dir helfen oder schaffst du das allein? Moment, gib mir einen Moment! Geschafft. Wie hast du das gemacht? Nach deiner Erklärung vorhin kam mir die Idee, er würde vielleicht wieder ein ganz normaler Hund, wenn man ihm das Mana entzieht. Noch kein Magier hat bislang so etwas versucht. Ich werde diesen Zwischenfall sofort notieren und natürlich auch Bericht erstatten. Jedenfalls bin ich sehr überrascht. Überrascht? Dass du mich vor diesem grässlichen Hund gerettet hast. Bislang waren deine Spezialitäten eher schändlich. Frauen verletzen, ihre Unterwäsche klauen oder draufzuglotzen. Und auf einmal bist du ein richtiger Held. Die Verhaltensweisen hast doch du mir aufgedrückt! Diese Stimme! Du bist es wirklich, Genasoga! Nein! Sie kann sich tatsächlich auf eine Art tarnen, wie ich es früher nie für möglich gehalten hätte. Ja, das stimmt. Und mit ihrer Gestalt scheint auch ihr Mana zu verschwinden. Nicht einmal ein lila Dahn, wie ich es bin, kann sie dann orten. Ihr Geruch und ihre Kleidung allerdings scheinen nicht automatisch mit zu verschwinden. Was ist das? Sie hat sich wirklich abgeschaltet. Musstest du sehr lange auf mich warten? Nein, ich habe sie gerade abgeschaltet. Ich bin auch erst eben gekommen. Ein weiteres Mal daran ziehen und sie schaltet sich wieder an. Keine Angst, du brauchst wirklich nichts zu befürchten. Sie wird sich nicht daran erinnern. Tatsächlich? Also, wegen der Sache, die du angesprochen hattest. Oh, ach ja. Es kursieren allerhand Gerüchte über dich und Hathorisan. Ich glaube, die Sache ist unnötig kompliziert geworden. Das hast du nett ausgedrückt. Ich glaube schon, dass ich deine Hilfe brauche, um wieder in ihren Nähe zu dürfen. Oh, Verzeihung. Hathorisan ist eben ein Sturkopf. Ich werde ihr deinen Wunsch, sie zu sehen, ausrichten. Mir wird sie da vielleicht schon eher vertrauen. Ich verspreche dir, ich werde sehen, was ich für dich machen kann. Vielen Dank. Irgendwie geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Mir will einfach nichts gelingen. Mir kam zu Ohren, du wolltest zur Putzkolonne. Stimmt das? Das war aber bevor ich wusste, dass das hier so eine außergewöhnliche und spezielle Arbeit ist. Eigentlich wollte ich mich nur nützlich machen und irgendwas Gutes für die Schule tun. Ah, würde dir jetzt womöglich der Disziplinarausschuss zusagen? Ich weiß nicht. Das ist aber ein ganz normaler Disziplinarausschuss, oder Futschiko? So ist es. Du sorgst lediglich unter den Schülern für etwas Disziplin. Der Schülerrat steht vor dem Problem, dass sich keine Freiwilligen dafür finden. Ach was, das mache ich doch gerne. Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, werde ich es lieber erst dem Schülerrat ausrichten. Danke für alles. Ich danke dir recht herzlich. Da wäre noch etwas. Das ist magische Medizin. Magische Medizin? Ja, wenn zwei sie gemeinsam einnehmen, gewährt sie einen Blick in die Psyche des anderen. Lade die hier damit und feuere sie auf dich und Hathorizan ab. Und schon geht es los. Aber warum ausgerechnet mit so einer Medizin? Naja, nach allem. Was bereits vorgefallen ist, dachte ich, falls es diesmal wieder schief geht, könnte ein echter Notfallplan nicht unbedingt schaden. Meinst du nicht auch? Dann werde ich sie für den Fall der Fälle nehmen. Also dann, ich drücke dir die Daumen. Schönen Tag noch. Dass sie sich nur für mich ganz alleine hier draußen in Gefahr bringt. Du glotzt wohl tatsächlich ausgesprochen gerne Höschen an. Hä? Äh, nein? Zum Glück hat sie wirklich nichts bemerkt. Die müsste Kenas Soga gehören. Wie kommt denn Kenas Tasche hierher? Diese Haarnadel habe ich ganz bestimmt schon mal gesehen. Is Kenas Soga etwa das Mädchen von damals? Das kann nicht sein. Hey, also... Nein, nicht bewegen! Wo siehst du alles? Einfacher gesagt als getan! Lass mich doch endlich los! Das versuchte ich doch die ganze Zeit! Oh, Ronny! Hier handelt es sich ganz offensichtlich um einen sexuellen Übergriff. Das muss ich der Regierung berichten. Ja, ich gebe ja zu, es sieht für dich danach aus. Vielleicht könntest du ja auch mal was sagen. Wozu denn? Dass ich nichts Unrechtes getan habe! Darf ich dich dafür um was bitten, wenn ich das sage? Oh ja, bitte darf ich! Laut Gesetz kommst du als Minderjähriger auf Bewährung wieder frei. Mein Urteil wird darüber entscheiden, ob du in ein Heim kommst. Na gut, was auch immer du willst, aber sag endlich was! Wenn das so ist, ich bin ihm in die Arme gesprungen. Er hat wirklich nichts getan. Endlich ist der Verdammte ausgeräumt! Bin ich froh! Oh Mann, bin ich froh! Wegen meiner Bitte. Hä? Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hättest, mein Freund zu werden. Wie bitte? Nicht nur einmal, nein, zweimal. Eto Senpai. Bist du wohl auf? Geht es dir gut? Ja, es geht wieder. Warst du wegen diesem Neuen nicht in der Schule? Oder hattest du einen besseren Grund? Ja, da liegst du richtig. Er hat mich gebeten, dich zu fragen, ob er dich allein treffen könnte. Was? Um ganz ehrlich zu sein, wollte er, dass ich zwischen euch beiden vermittle. Aber warum solltest du das tun? Er hat mich mehr oder weniger dazu gezwungen. Fast schon bedroht. Aber wenn du nicht möchtest, werde ich natürlich ablehnen. Ich möchte nicht, dass du dich über mich ärgst oder so. Dann würde er wohl auch noch dich... Ich treffe ihn. Ich wollte die Sache sowieso mit ihm klären. Also dann... Wer sagt's denn? Lief doch wie am Schnürchen. Ich werde wohl wieder meinen Willen bekommen, ohne auch nur einen einzigen Finger zu heben. Du machst schon wieder sowas Hinterlistiges. Bitte, erspar mir deine Predigt. Ach, du würdest ja auch ohnehin nicht auf mich hören. Was hast du diesmal Schreckliches vor? Schon sehr bald wird der zukünftige Dämonenkönig mein persönlicher Lakai sein. Pass auf, du wirst schon sehen. Oni-sama. Ich werde dich auf, du wirst schon sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Du musst jetzt das Oberhaupt der Familie Eto werden, anstelle deines Bruders, der Schande über uns brachte Onisama war so lieb, aber jetzt hat ihn seine Schwäche das Leben gekostet Ich werde alles daran setzen, stark zu werden Untertitelung des ZDF, 2017 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 Aber er ist der Dämonenkönig, wenn du das tust Sag mal, so kenne ich dich ja gar nicht Hast du etwa Angst vor dem? Mach dich doch nicht lächerlich Dann wäre das gekriegt Wie schön, alles läuft genau nach Plan Oh, macht das Spaß Verschwörungen sind so was Tolles Fujiko, wie konntest du nur so verbittert werden? Würdest du mich bitte damit verschonen? Ich kann mir schon vorstellen, wie er die Situation meistern wird Ich sehe es direkt vor mir Ja, Akutusai ist ohne Zweifel derjenige, der die Welt zerstören wird Er hat die Macht Ich muss ihn mir unbedingt schnappen, bevor es eine andere tut So spät nachts ganz alleine hier ist es wirklich voll angenehm Mir bedeuten mehr Leute auch immer gleich mehr Ärger Meistens bist du ganz normal, obwohl du der Dämonenkönig bist Ich bin eigentlich immer, wie ich meistens bin Mein Respekt noch nachträglich für die Sache mit der Klassensprecherin Dass du dich nicht nur reinschleichen wolltest, sondern das Aushängeschild der Schule erst anmachen und dann auch noch umhauen wolltest Äh, das war ganz anders Moment Aushängeschild? Weißt du denn davon nichts? Weißt du denn gar nicht, dass diese Schule zwei Seiten hat? Manche von denen geben sich als ganz gewöhnliche Schüler aus Gehören aber in Wirklichkeit zu einer Untergrundbewegung, die mit schwarzer Magie Übeltaten begeht Ich dachte, das sei verboten Ja, deswegen hat Shunko Hattori auch damit angefangen, diese Leute zu verfolgen Die Gerechtigkeit wird sie So ist sie zur offiziellen Redelsführerin geworden Wenn es hier einen offiziellen Anführer gibt, haben die anderen doch sicher auch so einen, oder wie läuft das so? Darüber bin ich nicht informiert Und warum nicht? Das wissen eben nur eine Handvoll auserwählter Leute aus der Untergrundbewegung Also, ich bin dann mal weg Ist es nicht offensichtlich, dass alles zwei Seiten hat? Lach nicht so blöd mit diesem typischen Gesichtsausdruck von dir, als wäre mein Ding kleiner oder so Was ist denn los? Du beobachtest mich also sogar im Bad? Warum ist bei den Menschen die Penisgröße immer so furchtbar wichtig? Manche sind eben der Meinung, das hätte Einfluss auf ihre Paarungschancen und die Menge an Nachkommen, die sie bekommen könnten Ach so ist das? Dann zeig mir bitte auch gleich mal deinen Penis Ich vergleiche ihn mit denen der anderen Jungs und kann ihn so einordnen Lassen wir's lieber Ach so ist das Siehst du mich auf? Ein bisschen Ich habe für morgen nach dem Unterricht im dritten Untergeschoss der alten Baracke ein Treffen arrangiert Ich hoffe du bist pünktlich und klärst die Sache auf Vielen Dank Sicher doch, bis morgen Wenigstens ihr will ich das Missverständnis erklären Nicht, dass sie mich falsch einschätzt Ich bin die Schülerratspräsidentin Shirai Shiriri Ich bin die Vizepräsidentin Michi Otake Kanaka Miyama Buchhalterin Und das ist Arunuru, die Sekretärin Hugo Freut mich Man hat uns darüber informiert, dass du zum Disziplinarausschuss willst Genau, ich habe gehört, es gibt dort noch einige unbesetzte Positionen Klingt spannend, warum eigentlich nicht? Du bist hoffentlich ein ganz passabler Kämpfer Kämpfer? Das Disziplinarkomitee ist allerdings allen Unruhestiftern ein Dorn im Auge Das ist mir bewusst Einige Schlägertypen wollen sich mit einem Sieg über eines unserer Mitglieder einen Namen machen Was bedeutet, dass keiner bei uns Mitglied werden kann, der nicht eine beachtliche Stärke an den Tag legt Für einen zukünftigen Dämonenkönig die perfekte Aufgabe Nein, deswegen wollte ich nicht Hugo Gut Wenn das so ist, darf ich wohl sehr gespannt sein Akutusai Akutusai ist doch dieser Dämonenkönig Ein Dämonenkönig, also wenn das mal nicht der Anfang vom Untergang der Schule ist Das Mana in unseren Körpern ist dasselbe wie jenes, das uns umgibt Doch abhängig davon, ob ihr das eures Körpers oder das Externe beeinflusst, kann dieselbe Magie zwei gänzlich unterschiedliche Effekte auslösen So reite ich mich nur noch weiter in den Schlamassel rein Davon hat Etu-Senpai nichts erwähnt Wichtiger ist erstmal heute Nacht Ob ich dann wieder daran ziehen muss? Ich will sie zwar nicht benutzen, aber ich nehme sie für alle Fälle mit Aber zuerst Das Was willst du? Also ich finde man braucht keinen Grund um einem Freund einen Besuch abzustatten Kroni-Chan, man kann dein Höschen sehen wenn du so da liegst Ich sollte mich hier im Zimmer entspannen, hat er mir aufgetragen, sonst mache ich ihn nur nervös Aber er wollte dir gerade an den Hintern fassen, ich hab's doch gesehen Den Hintern eines Liladan anzufassen ist schließlich kein Verbrechen Äh, sag mal, was ist denn das in dem grünen Tuch? Ach, das hätte ich ja fast vergessen Ein Reiskocher? Magst du gern Reis, A-Chan? Äh, A-Chan? Ich liebe ihn wirklich über alles Ich hatte ihn vorher im Zimmer stehen, damit ich immer Reis essen kann, aber jetzt darf ich das nicht mehr Lass mich ihn bitte bei dir reinstellen, dann komme ich jeden Tag zu Besuch Jeden Tag? Entschuldige aber das Wenn ich nicht darf, erzähle ich allen, was für ein schlimmer Perversling du bist Die Leute haben sowieso schon einen nicht gerade guten Eindruck von mir Aha, du hast es nicht leicht, nicht wahr? Dabei bist du doch eigentlich so ein anständiger A-Chan Kann man wohl sagen Ein Reiskrieker vielleicht? Dankeschön Du hast ihn angenommen, ich stelle es in den Reiskopf Nein Warum nicht? Es ist doch mega lecker Er ist so weiß und glänzt dabei wie kostbare Edelsteine Ach, und dieser süßliche Geschmack, der sich sofort im ganzen Mund ausbreitet Wenn wir doch nur alle auf der Welt gemeinsam Reis essen könnten, dann wäre sie ein Paradies Das lässt sich einrichten Hä? Ein militärisches Gerät zur medizinischen Versorgung Damit kann man gleichzeitig Feinde vergiften und verbündeten Medizin zur Genesung verabreichen Das heißt, wenn wir die mit Reis füllen würden Denkt nicht mal dran! So ein Mist Bald ist unsere Verabredung Hör mal, Soga-San Wir sind doch jetzt Freunde, nenn mich einfach Kei-Chan Ich würde gerne noch lernen, verstehst du? Daher müsstest du langsam Oh je, habe ich dich gestört? Wenn du mich loswerden willst, um schweinisches Zeug mit Korone-Chan zu treiben, brauchst du mir das doch nur zu sagen So war das überhaupt nicht gemeint Wenn's unbedingt sein muss Tschüss, bis bald einmal Du hast dir was vergessen Stell ihn einfach irgendwo hin, ich kann mal vorbei Hä? Ich hab dir nicht erlaubt, ihn hier zu lassen Also, wollen wir loslegen, jetzt da der Störenfried endlich verschwunden ist? Hast du's bald mal mit diesen blöden Witzen? Meinen Hintern wolltest du aber eine Tat anfassen, hab ich recht? Aber gegen das Gesetz ist das nicht, oder? Bei einem lila Dahn ist es das nicht, nein Mir rennt die Zeit davon Ich könnte es noch schaffen W-Wenn du so scharf drauf bist, dass ich dich anfasse Ah, entschuldige Als ob Na dann, Augen zu und durch Daran werde ich mich nie gewöhnen Ich hab ja gehört, dass die Schule eine Einrichtung sei, die vor 100 Jahren im Krieg verwendet wurde Aber dass sie sich in diese Tiefen ausdehnt Sie wirkt tatsächlich wie ein altes Gemäuer Wovor hatten wir eigentlich so großen Schiss? Wer hat unser Dämonenkönig also nicht drauf, ha? Ah, so ist das also Ich muss mein Mana nur auf einen gewissen Punkt konzentrieren Ah, du Drecksack! Nicht fertig! Da fallen mir auf Anhieb einige Verwendungsmöglichkeiten ein Ja, der scheint uns nicht für voll zu nehmen Los, kümmert euch um ihn! Ich hätte eine Frage Ich würde doch gerne wissen, warum ihr mich ohne Vorwarnung niederschlagt Weil du der Leiter des Disziplinarausschusses bist Das ist euer Grund? Bleib schön da stehen und lass dich von uns windelweich prügeln Aniki Hiroshi Aniki, mach dir um mich keinen Kopf, mach sie fertig Der redet wie ein Manga-Charakter Ich hätte da übrigens noch eine Frage Was geht in den Köpfen von solchen Bösewichtern wie euch eigentlich vor? Kannst du mir das beantworten? Schnauze! Ach, was passiert mit mir, mein Bein? Ist dir eigentlich klar, was du gerade tust? Ja, es ist mir klar Ich bin selbst erstaunt, wie ruhig ich dabei noch bleibe Ich dachte, ich würde mich in so einer Situation vergessen Aber scheinbar doch nicht Ich kann es euch schlecht gehen lassen Was hast du jetzt vor? Ich habe keine Lust mehr auf Typen wie euch Deine Kameraden sollen ganz genau zuschauen, wie ihr Boss eine ordentliche Tracht Prügel einsteckt Hast du verstanden? Unterschitz mich nicht! Aaaaaah! 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 Spar dir dein feiges Gewinsel um Gnade. Er bringt uns auf! Es ist nötig! Hör auf! Das werde ich nicht. Wenn ich denen nicht noch ein wenig mehr Angst mache, werden die schon bald... Hä? Endlich zeigst du dein wahres Gesicht, Dämonenkönig. Verräter. Nein, sie haben mich angegriffen, auch wenn das für dich jetzt nicht sehr überzeugend klingen mag. Ich kann dir alles erklären. Nun wird mir klar, was du tatsächlich im Schilde führst. Du willst dir die Unruhestifter zu Untertan machen. Durch die Kontrolle der Schüler, die später wichtige Regierungsämter begleiten werden, die Weltherrschaft an dich reißen. So etwas Gewaltiges plane ich gar nicht. Ich hab mich wirklich nur verteidigen wollen. Klappe! Du wolltest mich nur verführen, weil ich alles Gesetzwidrige verachte und du beide Seiten der Schule an dich reißen kannst. Das ist der wahre Grund. Es ist schlimm, wie du dir das alles zusammen reimst, aber ich wollte mich wirklich... Vargas! Willst du's versuchen? Ich mag keine Chance haben, doch ich werde mein Leben für einen Schwerthieb geben. So kommen wir nie weiter. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss sie... Du nimmst eine Schusswaffe? Zeugling! Das will ich gar nicht! Nanno? Sie... Sie ist leer! Mach dich darauf gefasst! Ich werde für die Schule, nein, für den Weltfrieden Gleichgesinnte finden und dich stürzen! Du willst nicht stürzen? Mach dich auf was gefasst, Dämonenkönig! So ein verdammter Mist! Wie seltsam, dass die Medizin verschwunden ist. Was für eine Medizin war es denn? Ein Wundermittelchen, durch das sie mich geliebt und mir ewige Treue geschworen hätten. Dieser gelassene Gewaltausbruch von ihm allerdings, wie ein wahrer Dämonenkönig. Nun will ich ihn nur noch umso mehr ganz für mich allein haben. Das heißt also, du hast mich einfach abgeschaltet und bist dann auf eigene Faust losgezogen. Es tut mir ehrlich leid. Da ich mich an nichts erinnere, kann ich dich auch nicht bestrafen, wenn du dich entschuldigst. Die Frage ist, wie du diese große Verantwortung tragen willst. Deswegen bin ich ja auch direkt danach zu Mitsuko Sensei gegangen und habe ihr berichtet. Hattori-san hat mich soeben darüber informiert, dass sie eine Kampfgruppe bilden wird, um dich zu stürzen. Was sagst du dazu? Ich wette, das steht auch in den Schulregeln. Habe ich recht? Solche Gruppen kümmerten sich ursprünglich um Verräter und Spione. Und diese Regeln gelten immer noch. Da wirst du wohl durch müssen. Das ist so üblich. Dagegen kann man nichts tun. Man kann nichts dagegen tun? Wenn du stirbst, erwecke ich dich gleich wieder von den Toten. Bin schon ganz aufgeregt. Man, gestürzt werden klingt nicht wirklich gut. Und gewinnen bringt mir wohl auch nicht das, was ich jetzt brauche. Was mache ich nur? Wie erbärmlich von mir, dass ich mich ihm für einen Augenblick, dass ich tatsächlich dachte mit ihm... Wie konnte ich nur... Er ist der Dämonenkönig. Ich... Langsam gehen die Nerven mit mir durch. Ich muss mich zusammenreißen. Wer ist da? Ich bin wohl doch recht angespannt. Wer könnte es mir auch verdenken? Ich beabsichtige immerhin morgen, um mein Leben zu kämpfen. Hier gehört Akutusai aus der 1A möchte, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, unsere Schule in seine Gewalt bringen. Die Schule hat mein Gesuch, ihn zu stürzen, gebilligt. Wir haben nach der Schule ab 16 Uhr eine Stunde Zeit, das zu regeln. Ich hoffe hinständig auf euer zahlreiches Erscheinen. Eure Junko Hattori aus der 1A. Ich stehe dir bei, Anniki. Du brauchst nicht auch noch zu sterben. Aber ausgelöst wurde das alles doch nur, weil du mich retten wolltest. Umso mehr ein Grund. Es muss mir nur gelingen, dieser aufgebrachten Meute eine Stunde lang zu entkommen. Auf ihn! Hau ab! Sie handeln richtig durchorganisiert. Wir bleiben keine Fluchtwege. Die sind verdammt gut aufgestellt. Hattori-san! Sei dir im Klaren, dass weitere folgen werden, auch wenn du meinem Schwertheben gehen solltest. Hör doch bitte endlich auf, wobei ich damit wahrscheinlich nicht viel erreichen werde. Das stimmt. Überhaupt nichts. Ja! Irgendwie habe ich kaum Kontrolle über das Mana. Gestern ging es doch noch. Verdammt! Es ist vorbei, Dämonenkönig. Ich wüsste nicht, was ich derart Schlimmes getan habe, dass du so... Du wolltest doch anderen mit Gewalt deinen Willen aufzwingen. Wie schon gesagt, das war... Und du warst dabei, vollkommen gelassen und zeigtest keine Anzeichen von Wut. Ist dir überhaupt klar, wie beängstigend so eine Tat ist? Ja. Ich gebe zu, auch mir vieles zum ersten Mal auf. Anscheinend bin ich schlicht so gestrickt. Dann muss ich dir leider mitteilen, dass du sterben musst. Seinen Charakter kann man nicht ändern! Deine Ansicht über ihn aber schon, weißt du? Ich kenne ihn nämlich gut. Er hat so seine Macken und gibt gerne mal ein wenig an. Aber eigentlich ist Archan ein ganz anständiger Kerl. Hä? Und wenn du ganz ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass du ihn in Wirklichkeit sehr gern hast. Moment mal! Ich glaube, ihr seid die besten Freunde, die sich dabei nur ein wenig unbeholfen anstellen. Ihr habt keinen Grund, euch zu streiten. Vertragt euch einfach! Was? Ich glaube ja immer noch, dass die beiden was miteinander haben. Ja, die haben definitiv was miteinander, die beiden. Wir sind nur das jüngste Rad am Wagen beim Ehekracher. Bist wohl ihre Rache! Nur was! Nützen wir halt gleich beide! Ihr versteht das falsch! Hey, sag du auch was dazu! Würde sowieso nichts bringen. Wie oft hab ich denn vergeblich versucht, ihr was zu sagen? Na ja... Los, holt sie euch! Ja! Was jetzt? Da müssen wir durch. Lass mich noch eines sagen. Ich muss zugeben, dass mich auch eine Teilschuld trifft. Hm. Das muss reichen. Mehr war nicht zu erwarten. Auf geht's! Okay! Hör auf, ich kann! Ist das etwa Reis? Genau! Wenn wir alle gemeinsam Reis essen könnten, wäre die Welt ein einziges Paradies. Seht ihr? Der Reis weist Spuren eines Medikaments auf. Ein Medikament? Ich habe die Medizin, die in deinem Zimmer war, in Wasser aufgelist und zum Reis gegeben. Eben, die Medizin hilft doch beim sich miteinander verstehen. Stimmt, du warst da ja in der Nähe, oder? Dann hast du also auch die Medizin aus der Waffe genommen. Man darf dich keinen Augenblick aus den Augen lassen. Das Resultat der Analyse liegt vor. Ein schwarzmagischer Stoff, durch den man sich aus Loyalität an jemanden bindet. Schwarze Magie? Durch die Verdünnung wird der Effekt nur etwa einen halben Tag Bestand haben. Aha. Eto-Senpai würde sich also gerne mit jedem Einzelnen verstehen? Wusste Kena das etwa von Anfang an? Nein. Ich interpretiere da zu viel hinein. Lass mich noch auf, Puchikusama! Oh, Puchikusama! Oh, Puchikusama! Oh, Puchikusama! Oh, Puchikusama! Wunderbar! Opfer ihrer eigenen Intrige. Ha, welch eine Nerin! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und du mich arglistig getäuscht hast. Dabei wolltest du in Wahrheit nur... Soll it out go man それでも来てよ 私の未来像に混ざってよ 今でもしょうがないから 転がれただの気まぐれ アドランダムキッズ走る環状 成功の偶然地は いきなりカオス それでも来てよ 私の未来像に混ざってよ 今でもしょうがないから 転がれただの気まぐれ アドランダムキッズ走る環状 成功の偶然地は いきなりカオス でだらめな日々困ってるんだよ 要求は無限大 だって正直な本能 動き出すまで 無厳密とかダメでしょ 自分本気宣言 あとは任せてみてよ 希望よりも強い 心の声 叫んでいいよ 無人そうな夢は 無限大手 So, aufgepasst! Also, als erstes könnt ihr euch gleich mal ein Pärchen aufteilen. Was? Wollen wir beide? Oh, niemals, nein, ich bin kein Partner und könnte auch niemals als Partner neben dir bestehen. Komm schon, Hiroshi. Ich fühle mich geehrt, dass du mich willst, aber ich kann doch nicht... Gibt dir einen Ruck. Putschikosama, geht es dir nicht gut? Was ist denn mit dir? Ach, es ist nichts. Nur ein paar Gedanken, nichts weiter. Lasst uns gehen. Putschikosama, Putschikosama! Ich werde mir diesen Dämonenkönig zum Lakaien machen. Koste es, was es wolle. Da fällt mir auf, Kina ist heute schon wieder nicht anwesend. Naja, sie versucht sich zu drücken. In den normalen Fächern ist sie stark, aber bei Magie versagt sie total. Nur das Fliegen bekommt sie gut hin. Niemand scheint zu wissen, dass sie sich unsichtbar machen kann. Bei Magieunterricht taucht sie selten auf. Freunde hat sie auch keine. Sie ist so ein Bücherwurm, lebt in ihrer eigenen Fantasiewelt. Was könnte das wohl bedeuten? Ah, alles klar. Als nächstes hast du es auf sie abgesehen. Ich hab's auf niemanden abgesehen. Hatte ich auch noch nie. Was stehst du hier rum, wie angewurzelt? Mach dich endlich bereit. Du sollst dich bereit machen, die Zeit läuft. Danke. Sie wohnen, König, wieder. Er hat Doku komplett um den Finger gewickelt. Da du noch nie vorher in so einer Stunde warst, wurde ich darum gebeten, dir als deine Partnerin... Es ist doch toll, seine Erste zu sein. Alle Mädchen beneiden dich. Bei dieser Übung geht es hauptsächlich um die Grundsätze der sanften Kontrolle über das Mana. Verlierst du die Konzentration oder treibst Unfug, verletzt du deinen Partner ungewollt. Also sei vorsichtig. Alles klar. Nichts liegt mir ferner, als dich verletzen zu wollen. Mach schon, wirf es endlich zurück. Aber sei vorsichtig. Ich muss es dir also nur nachmachen, richtig? Oh, so ein Mist. Ich hab's schon wieder getan. Wie geht es, Hattori-san? Sie ist nur vom Schock ohnmächtig und hat nicht mal Brandwunden. Ach, das ist gut. Du bist wirklich übermächtig. Stimmt, tut mir auch leid. Um solch eine Macht kontrollieren zu können, ist gewaltiges mentales Training vonnöten. Ah ja, ich hab's. Wollen wir dich nicht in die Kammer des mentalen Trainings schicken? Was? Die berüchtigte Kammer des mentalen Trainings der Konstant-Magie-Schule? Von der alle nur im Flüsterton reden? Da sind vor Jahren welche ein und nie mehr zurückgekommen. Kein Grund zur Sorge. Es ist nur sowas wie Zen-Meditation. Nichts wirklich Gefährliches. Aha. Ah, nebenbei, wenn du stirbst, dann... Danke, verzichte! Sensei meinte, ich brauche auf jeden Fall eine Feldflasche und einen wasserdichten Beutel. Die Feldflasche klingt sinnvoll, aber der wasserdichte Beutel? Ich als deine persönliche Aufseherin werde dich natürlich begleiten. Was? Und das, wo du dich bislang gedrückt hast? Ich bin durchaus auch in der Lage, dich aus der Distanz zu überwachen. Innerhalb des Schulgeländes bin ich in Sekundenbruchteilen bei dir, wenn etwas isst. Äh, was du isst? Die Spezialität der Kaiserstadt. Puppenpasteten. Möchtest du eine? Nein, das meinte ich nicht. Ich wusste nur nicht, dass Lila dann auch essen. Wir sind fähig, es intern in Energie umzuwandeln. Doch es ist eher unnötig, da es kaum relevante Mengen liefert. Du isst unnötiges Zeug? Ich mag sie trotzdem. Na dann. Also, lass uns zusammen gehen. Sagtest du nicht gerade, du musst nicht bei mir sein? Klingt aber doch vielversprechend. Ah, na dann. Fujiko, warum schaust du so bedrückt? Akuto Sai wurde in die Kammer des mentalen Trainings geschickt. In die Kammer des? Oh nein, die hatte ich ganz vergessen. Ich bin auch niemals drin gewesen, Fujiko. Nachdem sich die Kammer schließt, ist das Innere für zwölf Stunden vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Wäre doch gelacht, wenn mich das nicht auf einen genialen Plan bringen würde. Ach, wie furchtbar verbittert du doch geworden bist, Fujiko. Dabei warst du doch so ein... Halt sofort deinen Mund! Das ist alles nur weil... Bei der Vermessung der Ruinen auf dem Schulgelände ist dein Bruder auf etwas Außergewöhnliches gestoßen und dabei umgekommen. Außergewöhnlich? Was war's denn? Um genau es zu erfahren, hat die Regierung seine Leiche mit Hilfe von Totenmagie befragt. Aber er hat sich leider an nichts mehr erinnern können. Totenmagie? Anscheinend hat ihm etwas furchtbare Angst eingejagt und auf der Flucht davor ist er umgekommen. So muss es wohl gewesen sein. Er hat große Schande über die Familie und den Namen Edmo gebracht. Was ist er? Ach nichts. Es wird schon wieder werden. Hier ist sie also. Nach dem Eintreten wird diese Tür für zwölf Stunden verriegelt. Nehmen Sie etwas mit, um im Notfall Hilfe zu rufen. Eintreten auf eigene Gefahr. Wenn irgendwas ist, melde ich mich über das Schülerhandbuch. Ich zähle auf dich, okay? Das soll ich wohl als mentale Übung lesen, schätze ich mal. Was meinst du mit, ich zähle auf dich? Na, wenn ich um Hilfe rufen muss. Was hast du denn bitte hier drin verloren? Ich sagte doch, dass ich dich als Aufseherin begleiten werde. Ganz schön eng hier. Oh ja, kann man wohl sagen. Weißt du, das sollte eine Beschwerde sein und kein Tatsachenbericht. Könntest du mir nicht ein bisschen mehr Platz lassen? Ich helfe dir und unterstütze dich. Das ist erst richtiges, mentales Training, wenn du dich egal unter welchen Umständen konzentrieren kannst. Was soll denn das heißen? Ich komme ohne deine Hilfe klar. Was sollte das denn bitte werden? Naja, ich habe gehört, dass du eingeschlossen wirst. Da habe ich mich gefragt, ob du auch an was zu essen gedacht hast. Da musst du noch lange nicht mit hier reinkommen. Die Tee ist einfach so zugegangen, als ich hier drin war. Ja. Mit diesen Illusionsmagiekugeln werde ich diesen Raum durchsieben. In seinem bis dahin getrübten mentalen Zustand werde ich vor ihn treten und er wird mir seine Treue schwören. Er wird gar nicht anders können. In dieser Ausnahmesituation des mentalen Trainings kann wirklich nichts mehr schief gehen. Oh ja, es ist in der Tat sehr eng hier. Sag das nicht so unbeteiligt. Wir müssen durchhalten und immerhin zwölf Stunden so ausharren. Das schaffen wir schon. Ich habe genug zu essen dabei. Das ist nicht das Problem. Was ist das? Ist wohl eine Karte? Sieht aus wie altes Pergament. Mal sehen, ob was drauf zu erkennen ist. Ah, das ist eine Karte von der Schule. Der Schatz wird erscheinen, sobald die drei Schlüssel gefunden sind. Doch seid alle gewarnt. Der unwürdige Finder hat nichts zu erwarten, außer den Tod. Eine richtige Schatzkarte, A-Chan. Sieht ganz so aus. Stimmt, der Schatz eines alten Piraten, der ihn sein ganzes Leben lang angesammelt hat. Wir sind hier auf dem Festland. Die Schatzkarten sind was Traumhaftes. Wieder Abenteurer, die Monster besiegt, die über die Schlüssel wachen. Aber nein, er tötet sie nicht. Sonst wäre er nicht mehr würdig, den Schatz zu werden. Und dann würden auch die Monster nicht mehr wissen, was es tun soll. Sei jetzt bitte still. Ich möchte endlich mein Training beginnen. Hey, A-Chan. Wenn es um dein Essen geht, nein, danke. Hey. Was denn nun? Ich muss pinkeln. Dafür ist also der wasserdichte Beutel gedacht. Niemals. Das ist mir viel zu peinlich. Besser als die Alternative. Ich schaue auch weg, Ehrenwort. Nein. Wir sitzen doch im selben Boot. Dann muss ich ja auch durch, wenn ich es nicht mehr aushalte. Ich will deinen gar nicht sehen. Hä? Hab dich auch nicht drum gebeten. Ich kann es intern in Energie umwandeln. Es wird zwar kaum relevante Mengen liefern. Intern umwandeln? Soll ich es trinken? Und jetzt mach dich auf was gefasst. Wie was soll ich das tun? Nanu, was soll das denn? Ist der bereits durchgedreht? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! War nur Spaß. Und lecker ist es auch nicht wirklich. Woher weißt du, wie das schmeckt? Ach, wir haben andere Probleme. Lass mich raus! Lass mich raus! Tja, ich habe keine Wahl, als das Training abzubrechen und Hilfe zu rufen. Warum bittest du nicht denjenigen, der draußen steht um Hilfe? Hä? Ich registriere sehr deutlich Mana auf der anderen Seite. Aber warum sagst du das nicht gleich? Ich frage mich, wer das sein könnte. Ich kann mich verreinhalten! Dann brauche ich dafür wohl noch nicht einmal Magie. Wenn ich wie eine Göttin vor ihm auftauche... Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben! Ich komme dir zur Hilfe! Ah! Ich kann dich schüren! Hä? Senpai? Was macht ihr denn alle zusammen in der Kammer? Das ist eine lange Geschichte. Und was ist das? Ah, über die sind wir drinnen gestolpert. Das ist unmöglich! Die werde ich wohl besser an einem sicheren Ort verwarnen. Ja, aber... Hat sie jetzt etwa echt vor, dieser Schatzkarte nachzugehen? Dieser Depp! Dieser Depp! Dieser Depp! Eine kodierte Nachricht? Ein Angehöriger des Hauses Teruya ergreift erste Maßnahmen. Bitte dringend um ein geheimes Treffen am üblichen Ort. Tu nicht so, als wüsstest du von nichts. Das ist zweifellos deine Handschrift. Oder willst du das etwa abstreiten? Entschuldige. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran. Ich verstehe es nicht. Verstorbene Seelen können nicht lügen. Was hat das zu bedeuten? Schönen guten Tag. Wünsch ich dir ebenfalls. Hat wohl nicht geklappt mit dem Dämonenkönig als Lakaïne, hm? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Pass bloß auf, dass dir niemand auf die Fläche kommt. Fujiko, Eto. Sag mal, du gehst doch gar nicht auf diese Schule, oder? Keine Sorge. Mir ist es jederzeit erlaubt, das Schulgelände zu betreten. Schönen Tag noch. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Schau doch mal. Verzeihung aus dem Weg. Verdammt. Ich hab sie hier liegen lassen. Das muss dieser Dämonenkönig. Findest du nicht auch, dass Eto Senpai sich gestern ziemlich merkwürdig verhalten hat? Inwiefern? Naja, als sie die Karte gesehen hat. Die kann sie doch nicht wirklich ernst nehmen. Ach, wer weiß das schon. Also mich interessiert so ein Schatz jedenfalls nicht die Burne. Schau dir das mal an. Ja komm, das ist doch Wahnsinn. Oh Gott, schnell weg. Schau dir den Bodenkönig. Was macht denn die Karte hier? Sieht aus wie Kopien, würde ich sagen. War das vielleicht Eto Senpai? Was hat das alles nur zu bedeuten? Du warst das, oder ich war nicht? Die hängen überall, in der ganzen Schule. Wurde der darauf markierte Ort nicht in der letzten großen Schlacht aufgegeben? Gogo. Dass du mir die Karte aus meinem Zimmer klaust, hätte ich nicht von dir erwartet. Ich durchschaue dich. Du hängst die Schatzkarte hier überall auf, sodass die Schüler sich aus Habgier um sie streiten. Geschickt? Wie ein wahrer Dämonenkönig. Sogar du glaubst mir nicht, Eto Senpai? Ich habe den Täter ermittelt. Hey, du da! Was treibst du denn da? Ich verteile Informationen für die Abenteurer, die sich aufmachen möchten, um den Piratenschatz zu suchen. Alle sollen mitmachen. Was fällt dir ein? Offenbar hat sie sie bereits weitläufig verteilt. Frau Turisan ist schon wieder abwesend? Und Kina schwänzt auch weiterhin den Unterricht? Die Klassensprecherin sei aus Familiengründen abwesend. Aus Familiengründen? Dann bin ich nicht schuld. Gott sei Dank. Und du willst nicht schwänzen? Nur manchmal. Und was soll die Apfelkiste? Aber das ist doch eine Orangenkiste. Das war nicht der Punkt. Weg da! Was ist denn passiert? Ein Monster hat uns angegriffen. Alleine diesmal wurden 18 verletzt. Und es werden noch immer mehr. Ob die Schatzkarte nun echt ist oder nicht, ist vollkommen egal. Aber dass deswegen Menschen zu Schaden kommen? Vielleicht hat ein Dämonenhund sie erwischt. Als Schülerrat müssen wir auf jeden Fall ganz schnell etwas dagegen unternehmen. Wohl wahr. Äh, wo sind denn eigentlich die drei anderen? Mit trivialen Dingen beschäftigt. Übrigens, möchte ich, dass du vor den Mitschülern die Schatzsuche mit sofortiger Wirkung für verboten erklärst. Aber warum ich? Schreckensherrschaft ist nicht so mein Geschmack. Aber der Disziplinarausschuss darf Schüler bestrafen. Das ist eine Ausnahme. Und du dürftest damit sehr viel mehr Erfolg haben als ich. Okay. Dann vergesse ich auch gern wieder, wer für diese Karte verantwortlich ist. Danke für euer Erscheinen bei dieser notvollmäßig einberufenen Versammlung. Nun folgt eine Bekanntgabe des Disziplinarausschusses. Mein Name lautet Akutusai. Ich bin vom Disziplinarausschuss dieser Schule. Ihr dürftet bereits davon gehört haben. Hiermit verbiete ich die Schatzsuche mit sofortiger Wirkung. Seid gewarnt. Das Nichtbefolgen dieser Regel wird hart bestraut. Ach, das ist alles. Ich weiß ganz genau, dass Kinder so sein, die dieser Karte aufhängt in deinem Zimmer ein- und ausgeht, Dämonenkönig. Du hast die Karten noch verteilt. Er ist noch ein Scholl. 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 Aber klar doch, sollte das ein vom Dämonenkönig ausgedachte Spiel sein? Er hat den Schatz versteckt und macht alle, die gegen die Monster kämpfen, später zu seinen Untertanen. Wie bitte? Oh Mann. Was soll der Scheiß? Erst verteilst du sie, dann vermietest du es wieder. Moment, das war nicht meine... Nein, 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 nein. Jedenfalls wissen wir noch nicht, warum die Angriffe erfolgten, aber die Orte auf der Karte sind auf jeden Fall gefährlich. Geh doch selbst hin und such. Luft-Explosion, freu entsteht. Oh nein. Was ist das denn nicht? Und wo war's? Bitte nicht reden, das kitzelt! Ach Gott, du sei also. Aus der Nähe betrachtet bist du ein ganz hübscher Kerl. Vielen Dank auch! Was soll das bitte werden? Das ist doch ganz einfach. Wenn du behauptest, dass es nicht dein Werk war, brauchst du der Schatzkarte lediglich selbst nachzugehen. Besser kannst du deine Unschuld nicht beweisen. Ich soll gehen? Genau! Dann machen wir! Ja, genau! Na gut, ich werde gehen, aber allen anderen Schülern ist das nach wie vor verboten, sich den Orten auf der Karte zu nähern. Habt ihr das verstanden? Genau, da sieht Akutusai schon ähnlicher. Wer bist du? Ey, gut, Teruia. Ich hatte bloß vor, dich ein bisschen zu mecken. Doch wie es aussieht, wird wohl eine längere Bekanntschaft daraus. Ey, Kuteruia. Wer um alles in der Welt isst sie? Du musst da nur rein und so schnell wie möglich wieder raus. Den Rest können wir bestimmt vertuschen. Aber sollte ich nicht wenigstens die Dämonenhunde und Monster beseitigen, wenn ich schon mal da bin? Ach, war's nicht nötig. Tu einfach so als ob. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so gut, dass du wirklich dorthin gehen willst. Tja, der Rest ist deine Sache. Worüber machst du dir Gedanken? Das Verhalten der Präsidentin. Mir kommt es so vor, als würde sie mir was verheimlichen. Ist schon merkwürdig, dir aufzutragen, nur so zu tun, als ob, obwohl es reale Opfer gibt. Hä? Eto Senpai? Du bist doch auf der Suche nach dem Schatz, richtig? Das ist deine sogenannte Aria-Waffe. Sie ermöglicht es dir, magische Kugeln zu verschießen. Mit der kannst selbst du, ohne das Mana zu kontrollieren, problemlos kämpfen. Oh, danke schön. Aber ich verstehe nicht, warum ausgerechnet jemand wie du, der so berechnend ist, mir ohne Gegenleistung seine Hilfe anbieten würde. Also hör mal! Ah, es ist ja schon gut. Wie auch immer. Hauptsache, du durchsuchst die Orte auf der Karte. Und das sehr gründlich. Alles klar. Dann werde ich sie mir eben mal ausleihen. Für alle Fälle habe ich genug eingepackt, um eine Woche in der Wildnis zu überleben. Gut gemacht. Dann beeilen wir uns. Wir brauchen keine unnötige Aufmerksamkeit. Wer solltet denn hier nichts finden, mein Lieber? Du bist doch... Hast du mir denn nicht versprochen, mich mitzunehmen? Das wäre mir neu. Davon weiß ich... Ich komme trotzdem mit. Mittlerweile weißt du doch, dass ich nicht loslasse, wenn ich mich erstmal festkralle. Hey, lass gefälligst Anniki los. Hör auf, dich so an ihn zu klammern. Das ist ganz allein meine Sache. Anniki gehört mir. Ach, von dem Rufer bist du also. Sein männlicher Geist hat es mir angetan. Sonst gar nichts. Mh, dafür läufst du aber ganz schön rot an, Kleiner. Gar nicht wahr! Hier ist der erste markierte Punkt auf der Karte. Sieht fast aus wie eine Gruft. Gib mal her. Da steht, Fubuichiro Yamato. Was? Fubuichiro Yamato? Wer ist das denn? Fubuichiro Yamato? D Temperatung wrench Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Grabsteine, der im letzten großen Krieg gefallen wird Wie wollen wir die denn alle absuchen? Okay, ich würde sagen, wir suchen zuerst den Grabstein dieses Buichiro, dessen Name auf der Karte steht Hier scheint vor kurzem ein Kampf stattgefunden zu haben Sie haben nicht einmal mehr Respekt vor den Toten, echt traurig Was? Respekt vor den Toten? Was redest du da? Bist du nicht der Dämonenkönig? Ich bin kein Dämonenkönig und werde auch keiner werden Dabei mag ich dich, weil ich dachte, du bist der Dämonenkönig Wer hätte denn ahnen können, dass du so langweilig bist? Was ist in dich gefahren? Oh, Aniki! Wir reden später weiter Kehrt um und vergesst alles, was ihr gesehen habt Sonst kann ich nicht garantieren, dass ihr diesen Ort lebensverlasst Gehört mit einem Tisschen Gehört sich, was ihr denn? Wie ist es? Ich bin kein Dämonenkönig und glätt investor Ich bin ein Dämonenkönig und schnapp Ich bin ein Dämon Happig- und bin ein Dämonenkönig WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah! Ich kann das auch, du Metalldumpf! Die körperliche Kraft zu manipulieren, habe ich bei diesen Schlägern schon längst gelernt. Er hat sich davon gemacht. Irgendetwas ist da faul. Das ist mein Held, Aniki! Warum hast du dich in so große Gefahr gebracht? Naja, als dein Schüler Nummer eins muss ich unbedingt noch stärker werden. Na gut zu. Nur stark zu sein, bringt dir nicht wirklich viel bei einem Kampf. Schau mal, eben gerade hätte es dich fast ernsthaft erwischt. So kannst du auch nur reden, weil du stark bist, Aniki! Hiroshi. Bedenkt doch mal, wie es den Schwächeren geht. Für uns ist das nicht so einfach. Entschuldige, bin zu weit gegangen. Oh, mein Aniki! Schaut euch das mal an! Eingang zur Tropfsteinhöhle? Wenn sich alle drei in deinem Besitz befinden, berühre zunächst auf dem dafür vorgesehenen Schrein den Bildschirm mit deiner Handfläche, um dich zu registrieren. Wo sich diese Tropfsteinhöhle wohl befindet? Hiermit kann ich Wasseradern finden. Was soll das bitte darstellen? Wenn wir mit diesem Ding auf eine Wasserader stoßen, müssten wir auch schon bald die Tropfsteinhöhle finden können. Das klingt für mich komplett abwegig, aber... An der Schule erzählt man sich sogar von einer legendären unterirdischen heißen Quelle, ist also alles möglich. Unglaublich. Wir haben sie tatsächlich gefunden. Korone-Chan's Gimmicks sind echt praktisch. Sieh mal da drüben! 41 Grad Celsius. Perfekte Wassertemperatur. Eine heiße Quelle! Die Legende ist also wirklich wahr! Offenbar geht es unter diesen Steinen auf der anderen Seite weiter. Ihr wartet hier. Ich sehe besser erstmal nach. Sei bitte vorsichtig, Aniki! Versprich es! Das ist ja alles ganz schön groß. Was willst du denn hier? Endlich sind wir mal allein und ungestört. Von mir aus! Aber lass mich los! Ich hätte zwar gerade ganz anderes zu tun, als zu baden, aber da ich den Ausgang nicht finde... Außerdem... ...hab ich schon ewig nicht mehr gebadet. Jemand ist hier. Die anderen stören uns doch nur bei dieser Aufgabe. Komm, wir suchen den Schrein einfach zu zweit. Sei mal ehrlich. Du weißt, was dieser Schatz ist, oder nicht? Das Vermächtnis des letzten Dämonenkönigs. Vom Dämonenkönig? Was hast du eigentlich mit mir vor? Was auch immer ich vorhaben mag, spielt keine Rolle. Denn das Vermächtnis des Dämonenkönigs gehört zweifellos dir. Red keinen Blödsinn. Nein! Hattori-san? Akutu, geh sofort weg von ihr. Sie ist nichts weiter als ein kaiserlicher Spion. Dann arbeitest du für die Regierung? Er hat mich nur beauftragt, genau zu überprüfen, ob du gegen dein Schicksal auch ankommst. Dagegen ist doch nichts einzuwenden, oder? Wer zum Teufel ist... Glaub ihr kein Wort! Es ist alles gelogen! Mensch, du nervst vielleicht! Hühre den in mir aufgestauten Hass all dieser Jahre! Halt die Klappe, Flittchen! Oh Mann, was geht denn hier ab? Ei, endlich stimmt! Du jämmerliche Jungfrau! Der Schleim! Oh, oh, oh! Jämmerliche Jungfrau! Was ist meiner Meinung nach? Du schlafen! Du elende, billige Schlafen! Pass auf, haut schnell ab! Oh! Ist der etwa eingepennt? Ach so ist das also! Du wählst tatsächlich diese Jungfrau anstatt mich? Lass mich los! Er hat wirklich mich gewählt? Ein Schlüssel... Hol dir ruhig das verdammte Vermächtnis und verreckt daran! Verrecken? Hey, bleib hier! Als ich hörte, sie hätte sich in die Schule geschmuggelt, habe ich sie verfolgt. Ich hielt es für klüger. Ihr scheint euch ja schon eine ganze Weile zu kennen. Sie war und ist meine ewige Rivalin. Achan! Junko-chan! Kena! Fujiko! Das war ziemlich knapp, würde ich behaupten. Autsch! Irgendwas hat mich von hinten voll erwischt! Jetzt aber endlich her mit dieser Spezial-Puppen-Pastete. Nanu? Wo ist denn Alkutero ja? Naja, um ehrlich zu sein, sie hat dich ausgeschaltet. Und was hast du hier zu suchen, Eto-Senpai? Dürfte ich vielleicht sehen, was ihr bislang gefunden habt? Kann es sein, dass dieses Spielzeug, diese Puppe und das Gerät, das wir gefunden haben, dir und deinem Bruder gehören? Dieser Schlüssel kommt mir nicht wirklich bekannt vor. Und was ist mit deinem Bruder? Er ist leider tot. Hat er denn irgendwas mit dieser Schatzkarte zu schaffen? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich es herausfinden muss. Das ist doch... Ein magischer Teleportationskreis, wie es scheint. In einer Minute wird er verschwunden sein. Dann müssen wir ihr sofort nach. Ach, Hallöchen, da seid ihr ja alle. Die Schülerratpräsidentin. Ist ja schließlich auch ein vom Schülerrat organisiertes Spiel. Ein Spiel? Genau, der Gewinner, also der Erste, der es schafft, hier aufzutauchen, bekommt den Preis. Wir haben sogar Hindernisse organisiert. Doch auch! Guga! Guga! Kein Wunder, dass mir die Angriffe nur halbherzig vorkamen. Die waren vorbereitet. Und der Preis? Lasst mich mal überlegen. Wie wär's mit einem Kuss auf die Wange von mir? Oh Mann, oh Mann, das ist der Preis der Preise überhaupt! Ich gratuliere dir! Guga, Guga! Juhu, ein Kuss, ein Kuss! Vergiss das mal ganz schnell wieder. Präsidentin, erklärst du uns bitte, was das hier werden soll? Auweia, Eto Senpai ist... Verflucht! Schlimmer konnte es nicht kommen! Ich bin so frei und lasse mich selbst rein! Mama! Lass es bleiben, das ist zu gefährlich! Und du bleibst gefälligst, wo du bist! Aber Senpai ist doch... Es bringt aber niemandem etwas, wenn du dort hineingehst und dich auch noch unnötig in Gefahr begibst. Sag mir wenigstens, wo wir hier eigentlich sind! Im tiefsten Untergeschoss. Der ehemalige Unterschlupf des Dämonenkönigs. Ich bin beauftragt, den Status Quo aufrechtzuerhalten. Du musst wissen, dass der zukünftige Dämonenkönig niemals damit in Berührung kommen darf. Aber wir müssen doch irgendwas unternehmen können wegen Eto Senpai. Tut mir leid, aber jeder, der das Vermächtnis berührt, stirbt dabei. Den Beweis dafür lieferte die bemerkenswerte Person, die herausfand, wie man es aktiviert. Meinst du damit etwa, es ist Eto Senpai gelungen? Meine Hand auf den Bildschirm legen und mich registrieren. Das Regal ganz hinten in der Forschungsabteilung für Ritterausrüstung. Oni Summer. Spiel die Aufnahme ab, sobald du die drei hast. Stand by! Passwort bestätigt. System wird neu geschaffen. Was ist das jetzt schon wieder? Hundert Jahre sind seit meinem Schirme vergangen. Oh, ein Drache! Das ist das Vermächtnis! Wir sind bereits zu spät. Hast du mich reaktiviert? Ja! Bist du dessen würdig? Würdig? Wer meiner nicht würdig ist, wird mich auch nicht beherrschen können. Überzeuge mich davon, dass du würdig bist. Wenn du dazu nicht fällig bist, wirst du mir jetzt dein Leben aushauchen. Also zeig ihm deine Stärke. Stand by! Wenn er dich als Dämonenkönig anerkennt, bestehen keine Zweifel mehr, dass du es tatsächlich bist. Willst du das? Dämonenkönig? Das... A-Chan, du dumm Kumpf! Kena! Du hast ja überhaupt keine Ahnung, was Tempa durchgemacht hat! Der Dämonenkönig wurde wiedergeboren. Du solltest sein Vermächtnis besser zerstören, bevor er es wiedererlangt. Doch er hat mich belogen. Ich kann und darf es ihm nicht überlassen. Dann bleibt mir wirklich nur noch die eine Wahl. Ach, herrje. Du hast wohl deine Erinnerungen gelöscht, hm? Ich habe dir nur geholfen, weil du sagtest, du willst es zerstören. Aber du wolltest... Du wolltest in Wahrheit einfach immer nur... Onisama! Mir wurde erzählt, Onisama sei bei seiner Arbeit als erbärmlicher Feigling ums Leben gekommen. Ich will nicht so enden wie Onisama. Darum wollte ich stärker werden als alle anderen. Und trotzdem... Oh, Eto-Senpai! Was war das eben? Du hast es auch gesehen? Und ich ebenfalls. Irgendein Auslöser hat in einem Katalysator zur Wiedergabe einiger gespeicherte Aufzeichnungen geführt. Aufzeichnungen? Im Drachen? Hä? Äh, was auch immer. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Warte! Wenn du schon vorhast, das zu tun, dann mach es richtig. Korone, los, verschwinde mit Hiroshi von hier. Wenn das so ist... Bring dich in Sicherheit, du hast hiermit nichts zu tun. Ich hoffe mal, dass deine Entscheidung richtig war. Und da du vorhin mich gewählt hast, ist es sowieso... Hä? Was ich damit sagen will... Du bist drauf und dran, einem Kerl dabei zu helfen, Dämonenkönig zu werden. Willst du das sicher? Ist dir das klar? Mein Entschluss steht fest. Felsenfest! Falls Akutsu Sai wirklich Dämonenkönig wird, werde ich ihn eigenhändig umbringen. Meldos, hey. Ich werde nicht zum Dämonenkönig. Ich will nichts weiter als bloß Etus Senpai retten. Oh Mann, oh Mann, ihr könnt nicht sagen, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Will sich mir da etwa jemand in den Weg stellen? Ich hole mir Senpai zurück. Wenn du meiner würdig bist, dann gehorch ich dir auch. Ich muss also nur würdig sein. Mehr ist es nicht. Hast du womöglich vor, mich zu töten? Du bist der interessanteste Kerl seit 100 Jahren. Dann wollen wir dich auch endlich auf die Probe stellen, um zu sehen, ob du würdig bist. Er prügelt sich jetzt mit dem Brachen. Der Typ ist wirklich beinhart, was soll man sagen. Wie lachte dein Name? Akutsu Sai! Grässlicher Name. Spar dir die Sprüche. Und deiner? Peter Hausen. Grässlicher Name. Den gab mir mein verstorbener Meister. Meister, hä? Wenn dir ein anderer beliebt, sprich. Was? Das ist dein Recht als mein Meister. Moment, ich verzichte. Ich hatte nicht vor. Nun, da ich wach bin, benötige ich auch einen Meister. Hätte ich als dein Meister irgendwelche zusätzlichen Verpflichtungen zu erfüllen? Nein, du musst dich nur daran gewöhnen, als Dämonenkönig bekannt zu sein. Dämonenkönig? Mein Dämonenkönig, ich kenne dir. Mein Lieblas als Schwarzmagierin oder was du sonst so willst. So warte überhaupt nicht. Präsidentin? Du hast deinen Preis vergessen. Peter Hausen bestand sehr hartnäckig darauf, dass sein Meister hier lebt. Also rein optisch wirkst du jetzt durch und durch wie ein Bösewicht. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich will doch nur, wie jeder andere normale Mensch, einfach nur zur Schule gehen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Sag mal, Akutusai zeigt doch Interesse an Frauen, nicht wahr? Im Grunde genommen schon, ja. Frauen zerstören einem das ganze Leben. Ja, das hört man sehr oft. Wir werden ihn mit einer sehr ausgeklügelten Methode kontrollieren lassen. Durch Frauen. Eine reichlich primitive Methode. Das ist uns sehr wohl bewusst. Du wirst Einsatz dafür zeigen müssen und das nicht zu knapp. Die Durchführung liegt in deinem Ermessen. Ich werde mein Äußerstes tun, um Akutusai zu verführen. Wir werden sehen. Solltest du allerdings versorgen, wirst du die Verantwortung für alles Vorgefallene übernehmen müssen. Meinen Sie damit den Entzug der Mission? Dazu müssen wir uns gegenwärtig nicht äußern. Sehr gut. Ich werde mein Äußerstören. Ich werde das jetzt nicht mehr übergeben. Ja, ja, ja. Das war's für heute. Strandschule kommen konnten, findest du nicht? Hey, ich will langsam aber sicher ein Lächeln sehen, ist das klar? Was habe ich verdient? Oder gefällt dir der Anblick von mir in einem Bikini etwa nicht? Das ändert nichts daran, dass du das Gesicht und den Körper eines Kindes hast. Sei nicht so. Das bedeutet doch nur, Achan, dass ich noch im Wachstum bin. Bleib nur zu hoffen, dass der Verstand auch noch ein wenig mitwächst. Und dann? Willst du mir dann endlich, wenn ich erwachsen bin, aus der Hand fressen? Könntest du mich bitte mit Sonnencreme einreiben? Korone! Der Badeanzug lässt aber nicht wirklich viel Platz, um dich mit Sonnencreme einzureiben. Gar kein Problem. Jetzt hast du mehr freie Fläche. Moment mal, warte! Korone fühlt sich neuerdings seltsam auf. Ich glaube, das war seit... Du bleibst, während wir in der Strandschule sind, hier. Es muss einfach sein. Mir Mitsuko-Sensei das mitteilte. Ich schätze, ich werde nie das Leben eines normalen Schülers führen, wie es für die anderen hier üblich ist. Und ich schlecht drauf war. Da fällt mir ein, was tut man eigentlich so Besonderes in einer Strandschule? Es ist ein Anlass, bei dem man einem Mädchen näher kommen kann, wenn man das möchte. Warum? Warum liegst du auf einmal hier neben mir? Weil ich Lust dazu hatte. Wieder nicht richtig? Sag mal, ziehst du mich etwa schon wieder auf? Gar nicht. Ich halte es geheim, wenn es dir peinlich ist. Die betreffenden Emotionen werden in meinem Bericht ganz geschickt vertuscht, wenn du das willst. Ganz langsam, jetzt mal! Hör endlich auf, mich ständig aufzuziehen! Du kannst auch mit zur Strandschule, wenn du gern möchtest. Hä? Ich habe beschlossen, die Verantwortung dafür zu tragen. Ist das wieder nicht richtig? Nein, das nicht. Aber warum setzt du dich so dafür ein, dass ich mit darf? Weil ich mir damit erhoffe, dass du dich in der Strandschule vielleicht mal ein wenig mehr traust als sonst. Wie oft noch? Hör endlich auf damit! Ich werde heute Nacht hier bei dir schlafen. Nein, das geht nicht! Komplettes Desinteresse an Frauen könnte ein Krankheitssymptom sein. Das stimmt ja so auch nicht. Dann schlaf mit mir und beweis mir das Gegenteil. Du bist irgendwie seltsam, Korone. Soll seltsam bedeuten, dass diese Aktionen dich nicht anmachen oder dass ich nicht genug weiblichen Charme versprühe? Nein, das stimmt so nicht ganz. Wobei doch, bei deinen Aktionen, also das heißt bei dir... Ach, so ist das. Es ist ein schöner Morgen, aufgewacht! Sonst Ellbogen droppe ich dich auf der Stelle! Du bist selber schuld, Unichan! Sonst hättest du noch den wundervollen Morgen verschlafen, wenn ich dich eben nicht geweckt hätte, du Fauländer! Jetzt steh endlich auf! Was soll das denn wieder? Du willst also immer noch nicht aufwachen? Dann gibt's jetzt eben Schocktherapie! Selbst schuld, Unichan! Nimm das und das und das und das und das! Meine Güte! Ich bin ja wach! Und das und das und das und das und das! Und das und das und das und das! Du verhältst mich seltsam, Korone! Wäre es dir vielleicht lieber, wenn ich dich Onisama nenne? Darum geht's nun wirklich nicht! Was für ein Mädchen müsste es denn sein, damit du sie direkt ins Bett zerren würdest, wenn sie dich so weckt? Als wüsste ich das! Ganz schön egoistisch! Jungs in der Pubertät können wirklich recht kompliziert und merkwürdig sein, allerdings scheinst du nicht zu lügen! Wenn ich es auch nicht direkt gespürt habe! Nach einer ganz gewöhnlichen Morgenlatte fühlte sich das eben aber nicht an! Red nicht über sowas, als wäre nichts dabei! Dann gehen wir jetzt alle Szenarien nochmal durch! Szenarien durchgehen? Die nackte Schürze? Das brauchst du nicht zu tun! Steck das weg! Das gefällt dir also kein kleines bisschen? Nein, das ist es nicht! Was? Das ist aber sehr schade! Wenn man sowas von jemandem hört, zu dem man sich hingezogen fühlt und dem man noch sehr mag, fühlt man sich automatisch unattraktiv! Macht sie das etwa, weil sie befürchtet, dass ich sie nicht mag? Wie kann sie denn nur so etwas denken? Ich kann sowas nicht, weil ich anständig mit Frauen umgehen will! Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich kein Interesse an der betreffenden Frau habe! Es ist nur so, dass ich dich aufrichtig mag und nicht beabsichtige, diese Situation auszunutzen! So, und jetzt weißt du auch, was ich in Wahrheit für dich empfinde! Damit bringst du mich in eine unmögliche Situation! Mir würde schon eine rein körperliche Beziehung vollkommen reichen! Oh nein! Sie doch nur, wie spät es schon geworden ist! Du siehst heute aber sehr niedlich aus, Koronichan! Ich sehe nicht nur heute niedlich aus, sondern auch sonst! Hahaha, das stimmt! Wobei Ergoto-san diese Qualitäten entgeht! Dein grundloses Erscheinen hier kommt völlig unerwartet für mich! Äh, ich flüchte vor Koron, ne! Ah, vergiss es! Sie ist der erste Mensch, der mich berührt hat, ohne sich dabei zu Tode zu fürchten! Lecker Reis! Ja, sie hat einen unglaublichen, ganz speziellen Charakter! Was war's denn diesmal? Klassenkameradin, die eifersüchtig wird, obwohl sie nicht mal deine Freundin ist! Hat's funktioniert? Nicht wirklich! Das ist schlecht! Hör endlich damit auf, Kenasan, ständig so lüstern anzuglotzen! Das hab ich gar nicht und werde es auch nie tun! Bemerkenswertes Gespräch zwischen euch beiden! Kümmere dich um deinen eigenen Kram! Das ist eher eine Sache zwischen Mann und Frau! Hast du endlich auf, sowas zu sagen? Dämonenkönige sind nun mal beliebt bei Frauen! Da könnte man glatteifersüchtig werden! Wenn das so ist, Peterhausen-San, nimm dir doch einfach Kenasan! Das klingt gut! Sie weckten mein Interesse schon seit längerem! Was für ein Quatsch! Hat Kenan da nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Hm? Ne? Nun, das war doch offensichtlich ein Witz! Liebst du Kenasan etwa wirklich? Wie meinst du, liebe ich sie wirklich? Genauso wie ich fragte, ob du sie nach einer sexuellen Beziehung auch heiraten würdest oder ein lasterhaftes Lotterleben voller Obszönitäten mit dir führen willst. Red nicht solchen Unfug! Ich frage nicht, ob du es tun wirst oder nicht. Ich frage dich nach deinen wahren Gefühlen. Warum soll ich dir meine wahren Gefühle offenbaren? Weil ich gerne alles über deine sexuellen Vorlieben erfahren würde. Aber warum nur? Da ich nichts auf der Welt lieber täte, als diese zu erfüllen. Hä? Was wird das, du Perversling? Hä? Ach... Du bist eifersüchtig, habe ich recht? Das verstehe ich, aber es macht nichts. Versuch es so, das haut ihn im Nu um. Klappt immer. Lass ihn nicht! Warum sollte ich diesen Perversling überhaupt umhauen wollen? Oder meinst du mit Umhauen vielleicht noch ihn umzulegen? Dann heißt es nur noch... Ihr oder ich? Nein, ich bringe erst ihn um und danach mich! Gehalt! Verlangen! Los, entschuldige dich endlich bei ihr. Schließlich war es deine Schuld. Ich entschuldige mich. Allerdings hatte ich es nur aus dem Grund vorgeschlagen, weil ich dachte, Akutu Kun würde sofort steif werden. Wie kannst du so etwas Obszönes sagen? Ich meinte damit, dass er nervös wird. Hast du etwas anderes verstanden? Wie unschuldig du sein musst, wenn dich der Gedanke an sexuelle Dinge so aus der Fassung bringt. Du kannst unbesorgt sein. Wir beide werden dich gemeinsam sexuell weiterentwickeln. Er hat Pröster gefasst und nicht mal einen Ständer bekommen. Die wollen die Klassensprecherin entwickeln? Dieser Dämonenkönig weiß echt nicht, wann Schluss ist. Ich habe das Gefühl, die Strandschule wird diesmal etwas ausmachen. Ich muss sofort was dagegen unternehmen. Könntet ihr bitte mal alle zuhören? Es war sowieso keine große Sache. Der Klassensprecherin war es so genommen eigentlich auch egal. Ah, da ist also nichts dabei, weil der sowas täglich macht und es als ganz normal empfiegt. Dann ist die Klassensprecherin nur eifersüchtig? Exhibitionisten oder was? Nee. Hast du Lust, mit mir eine Runde zu schwimmen? Hm? Was soll das plötzlich? Nur weil du all das rausplappern musstest. Das vorhin war eindeutig alles meine Schuld. Es tut mir echt leid. Na, dann will ich mal nicht so sein. Wenn es dir so leid tut, kann ich dir auch Gesellschaft leisten. Ich danke dir. Ich habe noch nie so richtig was mit jemandem in der Freizeit unternommen. Ich fände es sehr nett, wenn du mir sagen könntest, was man da so machen kann. Also wirklich, ich frage mich, was du nur für einer bist. Sei einfach du selbst und genieße die Zeit. Du kannst auch mitkommen. Claro. Schaut mal, was das wohl ist. Davon liegt jede Menge auf dem Neosboden rum. Ich glaube, das sind gemusterte Seegurken. Aha, das sind also Seegurken, ja? Fühlt sich ganz speziell an, so weich und glitschig und klingelig. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du so an denen rumhantierst, oder? Bleiben wir bloß weg mit dem Ding. Haturi-san, hast du ernsthaft ein Problem damit? Allerdings. Schleimige Sachen sind sowieso noch nie so mein Ding gewesen. Fruchtel damit nicht so rum. Haturi-san mag die Dinger nicht. Ah, okidoki. Ganz ruhig, Haturi-san! 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 Das ist voll klebrig, es sind überall. Ist ja schon gut, jetzt halt mal ganz still. Vorsicht, bitte. Nicht so fest klammern. Wehe, wehe, du verstehst das jetzt irgendwie falsch. Schon klar, du hattest bloß Angst, was sonst? Das hättest du wohl gern was? Und selbst wenn, würde ich nicht zu dir kommen. Das weiß ich doch schon. Ich bin jedenfalls richtig erleichtert. Erleichtert? Hier am Strand bist du wie damals, als wir uns kennenlernten. So verkrampft wie du in der Schule immer wirkst, hatte ich mir schon Sorgen gemacht. So gefällst du mir auch viel besser. Warum sagst du sowas? Jetzt möchte ich aus Verlegenheit im Boden versinken. Mit dir ist es sowieso schon immer so anstrengend, weil du ständig so komische Sachen machst. So, das war's. Alles erwischt. Was ist los? Na ja, ich hab mich noch nicht bedankt bei dir. Brauchst du dafür auch wirklich nicht. Außerdem war es ja sowieso Kinas Schuld. Du sprichst Kena immer mit dem Vornamen an, oder? Hm? Warum nennst du mich nicht auch beim Vornamen? Wir sind doch schließlich auch Freunde, oder nicht? Na ja, du machst halt so einen gesitteten Eindruck. So anständig und sauber eben. Nur darum, Junko-san. Akutu. Hey, was sollte denn das, Korone? Ich wollte nur für die richtige Stimmung sorgen. Weiter nichts. Lüg nicht so unverschämt. Warum machst du mir das Leben immer so schwer? Aufseher dürfen sich auch nicht alles erlauben. Sie sollten Vorbilder sein. Als Aufseherin solltest du mir nicht auch noch zusätzlichen Ärger machen, als ich ohnehin schon habe. Da muss ich dir leider zustimmen. Wir beide sind nichts weiter, als der streng Überwachte und seine Aufseherin. Mich in deine persönlichen Angelegenheiten einzumischen, mag ein Fehler gewesen sein. Allerdings bin ich bloß nicht besonders gut in solchen Dingen. Ich hatte bestimmt nie die Absicht, dich zu verletzen. Hä? Da bricht dir nicht den Kopf. Es war meiner Schuld. Vergiss bitte dabei nur eines nicht. Dass ich eigentlich nichts weiter, als nur an deiner Seite sein möchte. Hä? Hä? Was hat denn Korone nur? Ist mir auch echt ein Rätsel. So verhält sie sich gewöhnlich jedenfalls nicht. Ist sie etwa... Etwa was? Ich glaube, Korone ist vielleicht in dich. Oh, A-chan? Ich werde schon wieder beobachtet. Hey, A-chan! Hä? Schau da! Hiroshi? Oh, Hiroshi! Aniki! Wohin bist du so spät noch unterwegs? Ich stamme ursprünglich von dieser Insel und... Ach so, du willst also nach Hause? Ganz genau. Bis später dann. Hey, hör mal, was ist los mit dir? Auf dieser Insel kursiert eine berühmte Legende über den Dämonenkönig. Eine Legende? Erinnerst du dich nicht daran? Man wollte dir doch ursprünglich die Teilnahme an der Strandschule verbieten. Ich denke, der Grund dafür war diese Legende. Würdest du mir davon erzählen? Dann weiß ich auch darüber Bescheid. Auf der Insel erzählt man sich Folgendes. Wenn der Dämonenkönig erst wieder lebt, wird aus dem See, der mitten auf der Insel liegt, ein Dämonenbiest auftauchen. Doch dann wird gleichzeitig ein tapferer Held erscheinen und es bekämpfen und erschlagen. Und dieser Held besiegt auch den Dämonenkönig. Moment mal, der Krieg gegen den Dämonenkönig ist schon über 100 Jahre her. Das ist nur ein Ammenmärchen dieses rückständigen Inselvolks hier. Die glauben doch alles und... Entschuldige, du stammst ja auch von hier. Das hatte ich vergessen. Nein, ist schon gut. Der Dämonenkönig wurde in Wirklichkeit auch gar nicht von einem tapferen Helden besiegt. Es war nur der Wunsch dieser erbärmlichen Inselbewohner. Dieser angebliche Held, der vor etwa 100 Jahren lebte, beschrieb es so. Ist wahrscheinlich nichts wahres dran. Erbärmlich ist keine Umschreibung für ein Volk, von dem man selbst abstammt. Ja, das stimmt schon. Aniki, du würdest das niemals verstehen können. Und warum nicht? Du bist ein Kämpfer und sehr stark. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Doch, das hat es. Doch, das hat es sehr wohl. Hiroshi! Das Biest. Wohl kaum. Da war es wieder. Oh, ihr seid super! Super! Sei cool! Einfach davon schleichen ist nicht. War wohl etwas zu viel Alkohol. Jemand oder etwas beobachtet dich, das wollte ich dir nur sagen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe vor der Sache nachzugehen. Maner Radar-Detektor. So ist es. Akutusama wird alleiniger Herrscher und ich werde seine Königin sein. Wer was dagegen hat, soll in der Hölle schmoren. Mein großer Traum ist ein Abendessen mit Akutusama vor dieser Szene und dabei ein Glas Wein trinken. Dann arbeite auf dessen Realisierungen. Deswegen braucht er ja auch meine Unterstützung. Wir müssen dringend alle Schwarzmarker zusammentrommeln und sie herbringen. Du bist eine sehr böse Königin. Dass es dem Meister an Ambitionen mangelt, ist doch sehr prekär. An seinen Ambitionen liegt es bestimmt nicht. Eher daran, dass er sehr tugendhaft ist. Shereichiriri? Die Göre von neulich. Spar dir die Göre, auch wenn es überrascht. Ich bin eine junge Dame. Außerdem bin ich nur gekommen, um gute Nachrichten zu überbringen. Fahre bitte fort. Du hältst dich auch für was Besseres. Naja. Wie auch immer, der Schülerrat hat soeben beschlossen, wie es weitergehen soll. Und zu welchem Entschluss seid ihr gekommen? Die Schule wird sich Akutusai annehmen. Auch Peterhausens Existenz verstößt gegen kein Gesetz. Naja, im Grunde existieren für ihn ja auch keine Gesetze. Das sind in der Tat gute Nachrichten. Man muss ja nicht den Status Quo aufrechterhalten. Ich persönlich habe nur von den Gemäßigten, also der Hauptfraktion, zu der ich ja ebenfalls gehöre, langsam aber sicher die Nase voll. Du hast genug von ihnen? Stell dir vor, die alten Knacker wollen Akutusai doch tatsächlich mit diesem Liladan verführen, soweit ich das mitbekommen habe. So viel zu den guten Nachrichten. Ich werde mich höchstpersönlich in diese Angelegenheit einschalten. Was meinst du damit? Dass ich keineswegs bereit bin, nach den Pfeifen dieser alten Knacker zu tanzen. Die Hardliner werde ich nicht zwangsläufig verschonen können, so wie Akutusai es tut. Ich bin nämlich an Informationen über jene gelangt, die einen Krieg anzetteln wollen. Das Ministerium des magischen Nachrichtendienstes, Saimo Aid, Experten im Kampf gegen Magie und in der Informationsbeschaffung. Egal was Akutusai sagt, die werde ich auf jeden Fall umbringen. Auch das sind in der Tat gute Nachrichten. Das bedeutet natürlich, dass ich dann euer Feind sein werde. Falls ihr Schwarzmagier vorhabt, Akutusai als euer Werkzeug zu missbrauchen, werde ich euch alle vernichten. Auch wenn es den Gemäßigten nicht passt. Richte ihm aus, dass ich ihm längst noch nicht alles gezeigt habe. Ein sehr lebhaftes Kind. Meine Intelligenz ist gleichzeitig meine Waffe. Solltest du dann diese Informationen nicht schnellstmöglichst an unseren Meister weiterleiten? Ich komme nicht durch. Mana-Interferenz? Ob ich nur ihn nicht erreichen kann? Eine Verbindungsstörung im Mana. Haben wir es verloren? Ich höre jemanden flüchten. Komm schnell, wir verfolgen ihn. Hey, warte auf mich! Achan! Endlich habe ich dich gefunden. Rina, was machst du denn hier? Ich bin nur hier, um dir auszurichten, dass Fujiko-Senpai angerufen hat und dich ganz dringend sprechen wollte. Äh, du Senpai? Sicher? Die meinte, sie könnte dich nicht erreichen. Na nun? Da waren doch aber noch ein paar andere Sachen, die ich... Ah, genau! Das sind ein paar widerliche Fieslinge, die sich Simon Pfeifnen hinter dir her sind. Der Name klingt ja wie eine Band. Vielleicht hießen sie auch anders. Aber sie sollen das Magier-Töten voll drauf haben, da kriegt man Angst, oder? Dann noch was. Oh, warte, was war denn noch? Bei der Hitze bin ich keine Hilfe. Aber das wird schon. Ich hab doch zum Glück noch das hier dabei. Und das ist... Das ist ein neues Getränk aus Reichgemacht. Reichgemacht! Sag es nicht! Hier, nimm auch einen Schluck davon, bitteschön. Lieber nicht! Jetzt nimm es schon. Pena, da ist ja Alkohol drin. So viele süße Archen! Oh je. Komm, ruhe dich erst mal aus. Das kitzelt! Ist doch wurscht. Das ist ja fast wie früher. Fast wie früher? Wir zwei kennen uns also doch schon von früher. Das kann schon sein. Vielleicht war es ja doch mein Schicksal, dich kennenzulernen. Hm. Du sprichst Kena immer mit dem Vornamen an, oder? Warum nennst du mich nicht auch beim Vornamen? Wir sind doch schließlich auch Freunde, oder nicht? Ja, warum eigentlich? Wenn ich so darüber nachdenke, weil ich mich um sie herum entspannen kann, bedeutet das, dass ich... Ah-Chan, du wolltest mich küssen! Das geht aber doch nicht. Red doch nicht so einen Unsinn! Stimmt, ja. Bloß keine Schweinigeleien hier. Das geht leider nicht. Auf die Wange darfst du aber schon. Das geht durch. Stimmt wirklich? Das wäre nicht einmal gegen meine Prinzipien... Ah! Was trittst du mich so aus dem Nichts, Korone? Du warst mir zufälligerweise bei einem Ausweichmanöver im Weg. Ach ja? Und dabei schreist du, ha? Das ist nicht der richtige Augenblick für eine Zankerei. Ein Schuss! Korone! 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 Kein Dachita Hö, ich liebe Sie Kein Dachita Kein Dachita Kein Dachita Chao Kein Dachita Kein Dachita Zukünftige Beschäftigung? Held! Du bist also ein Held, hm? Das muss eine Fehldiagnose sein. Zum Glück bist du hier heute zu spät gekommen und kein anderer in der Schule hat etwas davon mitbekommen. Bis zum nächsten Mal. 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 Korone! Ist Korone-chan jetzt etwa fortgegangen? Oh-chan, entschuldige bitte. Mir ist gerade wieder etwas eingefallen, was Senpai einmal zu mir gesagt hat. Diese Liladan hat doch offensichtlich von höherer Stelle den Befehl erhalten, Akutu zu verführen. Ach ja? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ihn einfach so um den Finger wickeln kann. Wenn sie versagt, sollte sie ihren Posten auf jeden Fall verlieren. Ich werde es wohl unter der Kategorie Versagen ablegen müssen. Hier steckst du also, großer Bruder. Wo sind denn Papa und Mama? Sie sitzen drinnen und trinken mit den anderen Dorfbewohnern. Aha. Sag mal, habt ihr wirklich einen Dämonenkönig an der Schule? Es heißt zumindest, dass er mal einer werden wird. Er ist aber nicht so einer wie der, vor dem die Leute aus dem Dorf Angst haben. Wie meinst du das? Er ist nämlich ein Freund von mir. Oh, du bist ja echt spitze, großer Bruder. Die Kunde ist doch eindeutig noch zu grünen, denn in den Ohren. Meinst du wirklich? In der Schule ist er auch nicht gerade bekannter, für alles zu wissen. Aber wenn er nicht Priester wird, sehe ich schwarz für das Dorf. Außerdem hört man ständig Gerüchte von diesem Dämonenkönig an der Schule. Was sollen sie schon tun, wenn kein Held sich seiner Hand nimmt? Die Mivas glauben, ihr Sohn wird ein großer Held. Allerdings. Nie im Leben. Ich meine, der war der einzige von den Kindern, das nicht schwimmen konnte. Ach kommt, das reicht jetzt aber wirklich. Großer Bruder. Die Zeit ist um. Ich muss zurück ins Wohnheim. Was? Jemand möchte mich besuchen? Bist du der neue Dämonenkönig? Nein, das bin ich nicht. Aber einige Mitschüler nennen mich einfach so. Yukiko, was hast du denn hier verloren? Ist das deine kleine Schwester? Ja, genau. Entschuldige bitte, dass sie einfach hier so auftaucht und drauf losplappert. Ist dein großer Bruder wirklich kein Held? Yukiko. Was, ein Held? Niemals, jetzt sei doch endlich still. Du bist aber doch ein Held. Ich weiß es. Yukiko. Das ist er wirklich nicht. Und das möchte er bestimmt auch gar nicht sein, verstehst du? Du lügst. Du lügst mich an. Gib es doch zu. Aber warum sollte ich dich denn anlügen? Weil du der Dämonenkönig bist. Wie ich dir bereits gesagt habe, das bin ich wirklich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wenn es keinen Dämonenkönig gibt, dann gibt es doch keine Helden. Stimmt nicht. Dein Bruder will selbst kein Held werden. Frag ihn doch und er wird es dir bestimmt sagen. Das ist eine Lüge. Yukiko. Du Blödmann, ist dir überhaupt klar, was du da eben angerichtet hast? Zuerst nicht so. Aber ja, jetzt wird mir so einiges klar. Da du so energisch bestritten hast, der Dämonenkönig zu sein, hast du ihren Traum noch wirklich erscheinen lassen und... Sie zutiefst traurig gemacht. Das ist aber leider noch nicht alles. Was ist, wenn Hiroshima sich tatsächlich ganz tief im Innern gewünscht hat, ein gefeierter Held zu werden? Yuki-Ko! Yuki-Ko! Hiroshi-kun! Hina-chan! Wo ist dein Schwesterchen? Wir sollten sie gemeinsam suchen. Dass du ein Held sein sollst, hat mich aber trotzdem einigermaßen überrascht. Ich bin ganz sicher kein Held, glaub mir das. Genau weil ich das nicht wollte, bin ich doch... Ich versuch's zu erklären, auch wenn's schwierig ist. Die Legende ist abwegig. Hm? Das hier ist zum Beispiel der See aus der Legende. Oh. Oh. Er ist wunderschön. Kein Wunder, dass es über ihn Legenden gibt. Ah! Dieser See ist in Wirklichkeit Teil eines Meeres. Was? Eine große Unterwasserhöhle verbindet ihn mit dem Meer. Da in der Höhle Luft vorhanden ist, hört man auch regelmäßig, je nach Wellengang, Geräusche von dort unten. Ist das wirklich wahr? In dieser Höhle befindet sich außerdem ein Schrein und darin soll das Zeugnis eines Helden liegen. Er ist eines richtigen Helden? Mein Großvater war selbst dabei und hat diesen Schrein gebaut. Und dieses Zeugnis ist ein kleines Schwert, das angeblich in einem Felsen stecken soll. Nur ein wahrer Held kann es wieder rausziehen. Oh. Das sollte dir eins klipp und klar beweisen, dass unsere Familie und sonst niemand diese Legende erfunden hat. Ist doch lächerlich, oder? Ah! Ha? Was war das denn? Das klang jetzt aber echt wie eine Stimme. Gehen wir lieber nachschauen! Kinder schauen! Jo, du erhabene See! Was ist denn mit dem da los? Das ist eine gute Frage. Komm her, du! Was? Machen sonst nur... Perverse, wenn ich es vorsichtig ausdrücken soll. Hört her! Ihr verdammten Bemidleidenswerten, Dämonenbiester! Das ist ja... Doch, wieder auferstanden, ne? Eine Riesenseegurke. Was ist mit dir? Du hast es gesehen, oder? Nein! Yukiko! Lassen Sie sie in Rüppel! Nein! Ah! Hilfe! Lass sofort meine Schwester los! Sie ist keine anspruchsvolle Kunst und somit langweilig. Und weil sie es gesehen hat, muss sie verschwinden. Du natürlich ebenfalls, verstehst du? Laber keinen Schrott, das kann ich... Oh doch, es ist ein Manna-entsaugendes Dämonen-Biest. Manna ist alles auf dieser Welt. Und wenn es denn auf einmal verschwinden würde... Geh mir schon. Abbiegen! Oh, Nakuna, Hilfe! Es sich nackt anzuschalten, das gefällt mir. Das nenne ich Kunst. Aua! Das wird dir aber leider nichts nützen. Wart so oft! Mein großer Bruder macht dich fernig, du ekelhafter Kerl! Hilfe! Oh, wie nett! Steh was hin! Der Herr steht wieder für mich auf, welche eine tollkühne Aktion das doch eben war. Doch an eurer Lage ändert das leider gar nichts. Und zwar, weil du ein absoluter... ...Dach-Schmächling bist! Schade, dass man Leuten wie dir jede Absurdität antun kann, ohne dass sie sich je wehren. Du kannst mich höchstens dafür verfluchen! Mach's gut, du halbe Portion! Nein, Hiroshi-kun! Oh, oh! Yukiko-chan! Das war's dann! Was... Was ist das bloß? Und wer ist der? Macht gefälligst eure Lauschauer für meinen selbstgewählten Namen! Ich bin Mr. X! Sei vorsichtig, der ist ja wohl ohne Frage gestört! Klappe! Du hast doch überhaupt keine Ahnung von großer Kunst! Kunst? Exakt! Ich dachte, Dämonenkönige hätten ein besseres Verständnis für Kunst als sterbliche! Dieser Typ weiß, dass man mich Dämonenkönig nennt. Moment mal... Hat der mich etwa gestern beobachtet? Warte! Ha 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 ha! Ah! 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 Warum um Himmels Willen ist die Magd? Du Schwein, was hast du keiner angetan? Gar nichts hab ich ihr bisher angetan! Der große Dämonenkönig soll doch Zeuge sein, wie ich sie genüsslich umbringe! Das Jüngelchen von vorhin war ja auch schon keine wirklich große Bedrohung! Jüngelchen? Mein Hiroshi-kun! Er hat Hiroshi-kun ganz furchtbar! Er hat ihn umgebracht? Exakt! Kannst du den Esport... Nicht schlecht! Der Kerl hat was drauf! Aber sonst wär's ja auch keine Kunst! Ratschan! Ihr wartet hier auf mich! Ratschan! Mach dir keine Sorgen! Von so einem lass ich mich bestimmt nicht... Aber du darfst die nicht umbringen! Typisch, Kena! Okay, was willst du, verrückter Vogel? Das ist relativ simpel! Schau einfach dabei zu, wie es das Dorf zerstört! Ich muss dich nur davon abhören, sich einzugreifen! Was war das? Ein Perverser! Das ist echte Noise-Music! Die Nummer 1 der Kunst! Die Speerspitze der Musik! Los mit dem Lärm! Du Perverser! Wie ist das möglich? Akutus Körper wird doch durch reichlich Mana verstärkt! Er sollte eigentlich jede Menge einstecken können! Ich bin eben ein Experte im Kampf gegen die Magie! Und das hier ist der berühmte Noise! Exakt! Unerwartete Geräusche zerren an deinem Geist! Das bedeutet, dass man keine Magie benutzen kann, solange man diesen Noise hört! Ich liebe meine Noise! Das bedeutet nur, ich allein besitze die Fähigkeit, meinen Körper magisch zu verstärken! Wenn ich also mit meiner Kunst kämpfe, ist selbst ein Dämonenkönig für mich ein Wind! Da kann mich keiner bezwingen! Ja! Kein Grund zur Sorge! Ich werde den Dämonenkönig bestimmt nicht töten! Ich brauche ihn noch als Sündenbock für die Zerstörung des Dorfes! Doch wer mich auch nur einmal kurz gesehen hat, ist leider verdammter Lach auch zu sterben! Ich konnte nicht stark werden. Nein. Ich wollte die Verantwortung nicht, die damit einhergeht und sehr schwer wiegt. Schlussendlich habe ich ständig nur Ausreden gesucht, um davor immer wieder und wieder davon zu laufen. Du bist aber doch ein Held! Ich weiß es! Soll ich hier wirklich ertrinken? Wenn ich schwimme, könnte ich es noch schaffen. Jetzt könnte ich es noch. Ich werde jetzt damit anfangen und mich ändern. Junko-chan! Sei besser still! Du willst doch wohl nicht auch vor seinen Augen sterben, oder? Das wollen wir beide nicht. Stimmt. Das lasst ihr zwei besser schön bleiben! Hm, sehr nett von dir wieder aufzustehen. Hast du mir jetzt was entgegenzusetzen? Ha ha ha! Eine Klossidee von dir! Ach, Kutu! Pass auf! Ich muss sie beschützen! Da wäre zunächst einmal Kena, die mich immer normal behandelt hat. Und dann ist da auch noch Hadori-san, die mich versteht. Ich darf sie nicht verlieren! Schätze, ich werde doch nie ein Held werden. Nein, das stimmt nicht. Ich bin ja bereits einer. Es allein herauszuziehen, macht mich nicht zu einem. Ich bin bereits ein Held. Nur habe ich noch nicht die Macht, diesem Titel auch gerecht zu werden. Diese Macht werde ich mir jetzt aneignen. Ich bin eine Spezialeinheit zum Kampf gegen Magie und heiße D13. Bitte das Aktivierungskommando bestimmen. Die Standardeinstellung lautet Brave. Brave? Kommando bestätigt. Haupteinheit wird angebracht. Haupteinheit vollständig. Elektronenkreislauf aktiv. Lebenserhaltungssysteme aktiv. Außenluftbelüftung ausgewählt. Mentaler Input benötigt. Zum Start des Nuklearreaktors. Darauf habe ich gewartet. Das ist es. Damit kann ich diesen perversen und dem Dämonenbiest zeigen, wo es lang geht. Was ist? Was gibt es denn da zu lachen? Ich habe es endlich begriffen. Begriffen, was dieses Neues wirklich ist. Das ist lediglich der Schrei deiner Seele. Das heißt, ich sollte problemlos machen können, was ich will. Und glaube mir, wenn es darauf ankommt, schrei ich mir die Seele aus dem Loll. Könnte ja jeder, wenn man den Neues damit aufhalten könnte. Kannst du deine Magie etwa schon wieder kontrollieren? Genau so ist es. Und jetzt fall endlich um... Wie schön, dass du meine Kunst verstehst und zu würdigen weißt. Jedoch arbeite ich auf ein weitaus größeres Ziel hin, musst du wissen. Das wird der absolute Gipfel der Kunst schlechthin. Dir wird es garantiert gefallen. Ein weitaus größeres Ziel. Ja, Krieg, Krieg und nochmal Krieg. Das ist die höchste Form der Kunst. Jede Kunst, die einen Menschen tief berührt, entstand aus Krieg. Die meisten Diktatoren dieser Welt waren Genies mit einem Verständnis für Kunst. Auch du wirst mal einer sein. Ich bin ich und daran wird sich auch nie etwas ändern. Doch du wirst ohne es mitzubekommen, jene um dich herum nach und nach opfern. Genau wie jetzt diese Mädchen sterben, während du an deinem Willen festhältst. Also Kunst würde ich das jetzt nicht nennen. Wie erbärmlich von ihm. Bekommt ihr denn ohne mich überhaupt nichts mehr auf die Reihe? Korone! Korone-Chan! Ein katastrophensicheres Cape immer gut dabei zu haben. Korone! Du bist doch wieder zurück! Ja, wir konnten etwas aushandeln. Ich bin jetzt Mitglied der Saimo 8. Grundname, Mr. X! Hier! Das Ministerium des magischen Nachrichtendienstes will nicht mit deinen gegenwärtigen Handlungen in Verbindung gebracht werden. Bitte was? Demzufolge werde ich dich auch schnellstens neutralisieren und auslöschen. Das ist vollkommen sinnlos und hat auf mich keinerlei Einfluss. Passt nur auf! Verdammt, ist das noch Kunst? Wirklich schön, dass du wieder zurück bist. Bevor wir anfangen, höflich zu sein, müssen wir uns noch um das kümmern. Beeilen wir uns lieber. Was ist das denn für ein Ding? Hat das Ding auch Waffen? In der rechten Hand befindet sich eine Hochfrequenzklingel. In der linken ein Molekularspalter. Auf dem Rücken sind sechs Laser angebracht. Folgen Sie dem Link für weitere Unterstützung und Optionen. Ich glaube, jetzt habe ich es endlich raus. Laser! Echt super krass! Das sind Mama und Papa. Hast du auch Waffen im Angebot, die wirklich große Objekte zerstören können? Es gibt zwei Optionen. Zum einen eine thermonukleare Bombe. Und die zweite? Eine Hochtemperatur-Plasmakugel. Versuchen wir es besser gleich damit. Versuchen wir es besser mit. Versuchen wir es besser mit. Plasmakugel, Fixierungsfeld im grünen Bereich. Brille-Dimension-Spaltungsfeld. Kontakt mit dem Ziel in genau fünf Sekunden. Ich bin Bray. Der Held aus der Legende. Was ist das denn? Schaut nur! Sag mir, warum du ihn beschützt? Kleine Gegenfrage. Und warum musst du ihn unbedingt töten? Ich habe diese Kraft verliehen bekommen, um den Leuten zu helfen. Ich kann die Insel nur beschützen, wenn ich ihn auslösche. Ich kann die Insel nur beschützen, wenn ich ihn auslöschen kann. Du wirst selbstverständlich nichts von dem Alleingang der Agentin Salmo 8. Und du hast ihnen tatsächlich und ganz im Ernst mit diesem Wissen gedroht? Neben einer Entschuldigung musste das Ministerium noch zusätzlich der Kirche Macht das Recht seiner Überwachung einräumen. Ist das jetzt mit dem Verführen einfach so hinfällig, oder wie verstehe ich das? Der Befehl ist nach wie vor aktuell. Aber wie soll das denn jetzt noch richtig funktionieren, wenn ich schon über alles Bescheid weiß? Nun, deine sexuelle Erziehung sollte lediglich dazu dienen, dein etwas sehr distanziertes Verhältnis zu Frauen zu verbessern. Hä? Du solltest auf jeden Fall ein Mädchen aus gutem Hause heiraten. Akuto-san, am besten wäre es, wenn du Junko-san heiraten würdest. Was? Echt? Ich dachte, ich hätte versagt, weil du in Kena-san verliebt bist, doch daraus ist ja nichts geworden. Also heirate bitte Junko-san und werde Teil ihrer ehrenwerten Familie. Sie wird dir eine gute Frau sein und du wirst sie sehr glücklich machen. Oh, 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 gut, du heiraten! Oh mein Gott, da siehst du, was du angerichtet hast. Gibt es ein Problem? Naja, spielen meine Gefühle eigentlich gar keine Rolle? Ja, aber ich ebenfalls, verstehe das bitte. Für mich war dieser Befehl wirklich nicht so einfach. Denn die Wahrheit ist, dass ich, dass ich dich in Wahrheit auch sehr... Korone. So etwas ist also schon eher nach deinem Geschmack, habe ich recht? Du hast mich aufgezogen. War nur ein kleiner Spaß. War nur ein kleiner Schmack, war nur ein kleiner Schmack. War nur ein kleiner Schmack. War nur ein kleiner Schmack. War nur ein drawings. Immer wieder Taylor und Macht über couple dran. Du hast du loads, Quن, oder? Du hast mich auf dem Nähe38en. Du bist fle fresh nächst du Meist. Du hast dich auf einen Kaffst des Kaffstin. 이�.? Oはようサンシャイン Fureのチャイム鳴らして 今日の過去最高に 昨日声に出した夢が矢印 叶えなくちゃ 待ち合わせ時間だよ 出かけよう ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴 ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました